Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 325. Mein Name ist René Außerdem mit dabei, der fast schlafende Herr Basti. Gude und Grüße. Der total überdrehte Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und zur späteren Stunde erwarten wir noch den heimreisenden Herrn Marvin. So, aber wir fangen jetzt einfach schon mal an, weil wir wissen nicht genau. Marvin hat irgendwas gesagt, er fährt jetzt mit dem Bus und ist dann hoffentlich bald zu Hause. Wir werden es erleben, ab wann er hier einsteigt. Ich muss mich erstmal entschuldigen bei den lieben Hörern und Hörerinnen da draußen für meine schlechte Performance in der letzten Woche. Ich habe nur ein 4 zu 1 auf die Eintracht getippt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wie so ein Anfänger. Noch mehr Anfänger war Dennis, der einfach nur gesagt hat 1-0. Erklär dich Dennis. Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg, muss ich sagen. Nein, Quatsch. Also war natürlich genial. Es wurde ja schon groß und breit darüber berichtet. Dementsprechend Hinweis auf alle anderen Kanäle, wo eventuell Leute von uns aktiv sind. Aber auch wir wollen natürlich noch was dazu sagen. Es ist wirklich genial gewesen. Eine Jovic-Show sowieso. Wer teilweise ein bisschen kurz kam in so Berichten, war meiner Meinung nach ein Kostic, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Haler sowieso. Wir haben immer angekündigt, wir brauchen die Doppelspitze Haler-Jovic, die sehr gut funktioniert. Also ich sage mal so, ein Hütter hat wirklich eine schwierige Entscheidung, wenn ein Rebic im nächsten Spiel wieder zur Verfügung steht, muss ich sagen. Ja, aber das ist doch super. Es wäre schlimm, wenn es andersrum wäre. Ja, und ich sehe das gar nicht so. Also A, haben wir gerade noch genug Spiele und ich glaube trotzdem, dass er irgendwann darauf hinaus will, dass wir sowieso mit Kostic, Rebic auf den Außen spielen und mit Jovic und Haler vorne. Das hatten wir, glaube ich, auch vor ein paar Wochen hier schon gesagt, dass das das Endziel, Fernziel quasi sein kann von Hütter. Er ist aber noch quasi dabei, das irgendwie so ein bisschen zu implementieren, weil er Hasebe als Libero noch nicht aufgeben will, was auch verständlich ist, weil er hat auch brutal gespielt. Toro würde ich auch gerne noch erwähnen, weil das sind diese Leute, die dann, wenn jemand fünf Tore macht und wenn Haler, glaube ich, vier Scorer-Punkte macht, die so ein bisschen zu kurz kommen, wie der Dennis schon gesagt hat. Das war schon echt geil. Klar, immer in Klammern, Düsseldorf war wirklich jetzt auch nicht übermächtig an dem Tag und Funkel hat seine Mannschaft irgendwie, vielleicht netterweise aus alter Verbundenheit, nicht so optimal eingestellt. Aber wir hatten es ja gesagt, dass wir ein bisschen, ja, nicht Angst vor dem Spiel haben, aber wir gespannt sind, wie die Eintracht sich jetzt schlägt, wenn so ein Gegner kommt, der sich wahrscheinlich erstmal auf die Defensive konzentriert. Und da hat uns dann, um chronologisch vorzugehen, natürlich dieser kuriose Elfmeter auch ein bisschen geholfen. Ja, also defensiv ist das eine, aber jetzt so optimal defensiv hat Düsseldorf jetzt auch nicht gestanden, wenn er am Ende des Tages sieben Tore kassiert, aber gut. Ja, Elfmeter hast du schon angesprochen, ist echt eine schwierige Situation, dass das Ding irgendwie zweieinhalb Minuten später da dann die Unterbrechung kommt und dann quasi der Elfmeter gegeben ist. In der Zwischenzeit war, glaube ich, eine Torchance für Düsseldorf und eine Chance für die Eintracht, die beide nicht zum Tor geführt haben, weil eigentlich hätte man in dem Moment ja dann beide Tore, also wenn sowohl, wenn eins für Düsseldorf oder eins für uns gefallen wäre, nicht geben dürfen. Oder habe ich das falsch im Kopf? Also das Düsseldorf-Tor wäre, glaube ich, tatsächlich zurückgezogen worden. Das wäre natürlich für Düsseldorf Doppelbitter gewesen. Das wäre für Düsseldorf Doppelbitter gewesen, aber stell dir mal vor. Ja, aber was ist, wenn die Eintracht eigentlich das Tor, ist das dein Vorteil? Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe und wo ich noch keine Antwort dazu bekommen habe. Was wäre gewesen, wenn die Eintracht ein Tor geschossen hat und in dem Moment dann gesagt wird, ja, aber das Tor können wir nicht geben, weil in der Entstehung gab es ein elfmeterwürdiges Foul. Und dann verschießt du am Ende den Elfmeter. Oder noch den zusätzlichen Elfmeter. Nee, den zusätzlichen Elfmeter nicht, weil das wäre, glaube ich, dann wirklich ein bisschen fies. Aber ich glaube, es müsste aktiv der Schiedsrichter dann sagen, dass es vorteilmäßig weitergeht. Dementsprechend denke ich schon, dass das auch ein Tor für die Eintracht wäre, wohl zurückgepfiffen worden und es hätte elfmeter gegeben. Aber wir sind immer froh darum, dass es im Endeffekt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Denn es war natürlich ein super, ja, ich sage mal, super Einstieg auch. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber wie ist das denn mit der Situation überhaupt? Ja, genau. Das sollten wir nochmal fragen, weil das wäre wirklich so ein Absurdikum, da würden sie alle den Verstand verlieren. Durch die Bank weg. Ja, aber klar, der Elfmeter war so ein bisschen für uns dieser Dosenöffner, Büchsenöffner, wie auch immer man das da sagen will. Wobei wir da auch ein bisschen Glück hatten. Ich weiß mal, wenn wir dieses Wort wieder hassen. Weil ich fand den Elfer jetzt auch von Haller nicht gut geschossen. Wir hatten einfach ein Glück, dass Rensing da irgendwie so ein bisschen neben sich stand mal wieder. Wobei er mit den Fingern noch dran war. Und ich glaube, danach hat Düsseldorf auch so ein Stück weit das Spielen einfach eingestellt, weil sie sich gedacht haben, okay, in der Situation jetzt ein Elfmeter kriegen für eine Aktion, die gefühlt irgendwie eine Viertelstunde vorher war, dann brauchst du aber auch eigentlich gar nicht mehr spielen. Dann ist der Rest auch egal. Naja, gut. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Aber Leute, wenn man 7-1 gewinnt, dann ist das nicht das größte Problem von Düsseldorf. Zumal die Eintracht vor dem Elfmeter auch schon nicht so schlecht war. Also die Eintracht hat denen schon ganz klar gezeigt, hier Leute, für euch geht hier heute nichts. Und auch wenn diese Elfmeter nicht passiert, wer hätte die Eintracht auch gewonnen? Vielleicht nicht in der Höhe und vielleicht nicht in dieser Dramatik. Aber diese Tore, die danach kamen, die waren trotzdem, ja, also da habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, das ist eine Mannschaft, die völlig konsterniert aufgrund dieses Elfmeters ist. Natürlich ist das vielleicht ein Downer, aber ich glaube, das hat in Düsseldorf auch keiner gemacht. Und Friedhelm Funkel war nach dem Spiel auch ziemlich aufgeräumt und hat das auch ziemlich gut bewertet, wie ich fand, zu sagen, ja, also das war nichts heute, die Eintracht hat auch in der Höhe verdient gewonnen, das sehe ich auch so. Im Gegenteil, ganz im Ernst, die Eintracht hätte sogar fast noch höher gewinnen können slash müssen, weil da waren ja noch 10 dabei, also die Eintracht hat auch noch riesen Chancen gehabt. Und das ist das, was mich am meisten begeistert. So ein Heimspiel, Flutlicht, Fortuna Düsseldorf, die bringen auch Fans mit, die Stimmung war gut, ausverkauft. Und die Eintracht spielt sich viele, viele Torschossen raus. Das hatten wir selbst in der erfolgreichen Zeit unter Kovac nicht so oft. Da war es immer, auch zu Hause gegen Gegengegner, immer so ein bisschen, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist trotzdem alles sehr, sehr diszipliniert und wir gewinnen dann aber vielleicht nicht so berauschend. Und wir hatten jetzt mit Rom und diesem Düsseldorf-Spiel und Hannover auch teilweise echt schon drei fette Heimspiele dieses Jahr. Auf jeden Fall. Das begeistert einen halt so krass. Und für mich war es halt dann auch noch so, ich wollte eigentlich freitags nichts machen, weil ich ja Samstag Geburtstag gefeiert habe. Aber das konnte ich natürlich nach dem Spiel nicht aufrechthalten. Grüße. Ja, aber wir sind trotzdem auch, diese Stärke, die wir auch die ersten Spiele hatten, nämlich diese unglaubliche Effizienz, war jetzt trotzdem nicht, dass wir total viele Chancen sinnlos vergeben haben. Oder wo man sagt, ach du je, es war teilweise auch wirklich Pech dabei. Ich meine, es war noch ein Pfosten- und ein Lattentreffer dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Aber es ist definitiv was, diese unglaubliche Effizienz und natürlich da, den man unbedingt dabei nennen muss, ist eben Jovic, der wirklich gerade natürlich bei so einem Spiel dann fast jeder Schuss ein Treffer. Das ist halt schon geil. Und diese Effizienz hat uns manchmal gefehlt, wo wir auch gesagt haben, Ai, 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 jetzt haben wir uns zwar Chancen rausgespielt, aber wenn der Ball nicht ins Tor geht, irgendwann verlierst du auch diese Motivation. Du verlierst vielleicht auch diesen, diesen unbedingten Drang aufs Tor. Und dadurch, dass du dich aber eigentlich hier sehr häufig belohnst und auch überproportional viel belohnst. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich mal, über diese Effizienz gesprochen, die unglaublich gut ist bei der Eintracht. Und eigentlich dafür spricht, da kannst du ganz oben mitspielen. Und das ist das Geile. Das motiviert mich auch so, dass du endlich Spieler hast, die eiskalt ihre Chancen machen und die auch wirklich das Potenzial haben, aus wenig Chancen Tore zu machen. Wenn wir dann noch viele Chancen haben und viele Tore machen, ich denke, dann sind wir alle zufrieden. Ja, und das ist, wir hatten das ja schon angekündigt in den letzten Wochen, das kam ja dann noch eindrucksvoller zum Vorschein, diese Offensiv ist schon geil. Rebic hat nicht gespielt, weil er gespät war. Haller und Jovic da vorne, das ist schon brutal gut. Also das ist, das sind zwei echt Top-Stürmer. Das musst du auch erstmal haben, das hatten wir auch lange, lange nicht. Wir waren immer mal auf der Suche, dass wir wenigstens einen hatten. Da mussten wir uns eigentlich am Ende mal auf Alex Meyer verlassen. Aber wie Jovic diesen Seitfalls hier da reinbrettert, und wie die sich im Strafraum, wie Haller den Ball zu Jovic schnickt und der ballert den auch noch rein. Das war, glaube ich, das 3-0 oder irgendwas, wo Haller dann da quasi steht, den Hintern quasi in den Gegenspieler drückt, sodass der keine Chance hat, an den Ball zu kommen, hochguckt, Jovic sieht und das Ding so ein bisschen nach vorne chippt und, war das das 4-0? Nee, das 4-0 war das, wo Haller den Lupfer da macht. Genau. Ich meine, das wäre das 3-0 gewesen, aber ich kann mich da auch verdrücken. Ja, das 3-0 war vorbereitet vom Haller. Genau. Also das ist halt schon grandios. Und dann hast du den Lupfer von Haller und dann hast du dann noch ein weiteres Tor von Jovic. Am Ende fand ich so ein bisschen schade, dass er ausgewechselt worden ist, weil ich glaube, der hätte auch noch ein sechstes und ein siebtes gemacht. Ja, das muss sie ihm geben, diesen Applaus. Das war schon, das war trotzdem, das ist im Ende, unterm Strich ist es natürlich nur drei Punkte zu Hause gegen Düsseldorf. Das haben, glaube ich, die Leute auch vorher eingeplant, wenn sie nicht unbedingt so pessimistisch waren wie ich. Aber mit dem Spirit, mit dem Fans dann nach Hause gehen und mit diesem Nachklang, den man dann auch oft im privaten Bereich oder in den sozialen Medien sieht mit Jovic und bla bla bla, das ist schon geil. Dann kriegt die Eintracht auch ein bisschen überregionale Aufmerksamkeit. Das schadet ja nicht. Und du hast einfach, du hast das Gefühl, dass, ja, das wird auch dafür sorgen, dass die kommenden Gegner respektvoll Eintracht haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil sie sich vielleicht dann hinten reinstehen werden, weiß man noch nicht. Es ist aber trotzdem so, dass ich glaube, dass das, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber der Marke Eintracht auch gut tut, solche Nächte wie gegen Rom und wie gegen Düsseldorf. Weil wir als Fans dann auch, ja, wie ich es gesagt habe, danach ist, glaube ich, jeder noch fein gegangen. Und das hättest du vielleicht bei den etwas kühleren Temperaturen nicht gemacht, wenn die Eintracht irgendwie einen Gurken 1-0 gehabt hätte. Hätte am Ende beides drei Punkte gebracht. Was ich sagen will, wir wissen nicht ganz genau, was für die Saison für uns geht. Deswegen hatten wir es, glaube ich, in unserem Saisonvorschau hatten wir es gesagt, dass wir ein paar geile Auswärts, ein paar geile Heimspiele haben wollen. Davon hatten wir jetzt schon zumindest ein paar. Und das ist ja wahrscheinlich auch das Saisonziel, weil ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich glaube nicht, dass die Eintracht irgendwie in die Europa League einzieht, irgendwie über die Plätze, also 6.5.4. oder so. Das glaube ich noch nicht, weil es werden auch noch Löcher kommen. Wer weiß, wann die jetzt kommen, vielleicht im Herbst irgendwann. Aber trotzdem hatten wir es ja. Wir haben 4-1 gegen Rom gemacht. Wir haben jetzt dieses 7-1 gehabt. Das sind schon geile Sachen. Das sind Sachen für den Saisonrückblick auf jeden Fall. Ja, und wir haben zwei Leute in den Score-Round-Torschützenlisten oben drin. Das hatten wir auch, außer mit Alex Meyer lange nicht. Das sind alles echt coole Sachen. Ja, und mir fällt es immer schwerer, irgendwie ein Haar in der Suppe zu finden, was mir quasi mein Präventiv-Pessimismus-Video erlaubt, den ich mache, um nicht enttäuscht zu werden. Macht es schwierig. Die Suche ist bei mir gerade ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten, bis Donnerstag ist und das nächste Euroleague-Spiel zu Hause ist vor ausverkauftem Haus mit einer geilen Choreo, wo man dann die nächsten Punkte dann einfangen kann. Aber dazu später mehr, sorry. Genau. Ich würde gerne noch mal auf Kostic zu sprechen kommen, der mir auch in dem Spiel gegen Lauf unwahrscheinlich gut gefallen hat. Gerade auch auf seiner nicht so ganz angestammten Position als offensiver Links-Außen-Verteidiger. Also da ist ja auch viel erzählt worden. Ja, aber ich meine, der geht mit in die Defensive, der rennt sich da draußen die Lunge aus dem Leib, der spielt auf einer Position, die eigentlich vorher nicht seins war. Und er macht das richtig, richtig gut. Also da bin ich echt froh, dass wir den haben mittlerweile. Auf jeden Fall. Da sprichst du was Gutes an. Das Einzige, was ich natürlich auch an der Stelle noch mal, vielleicht ist das so ein bisschen das Haar in der Suppe, wenn man das suchen will, gegen einen Top-Spieler auf der Seite kannst du mit einem Spieler, der so offensiv agiert und da auch seine Stärken hat, in der Defensive natürlich, kriegst du da Probleme. Da er zwar sehr laufbereit ist und so weiter, dementsprechend, Düsseldorf hat er natürlich jetzt überhaupt keine Aufgabe gestellt auf der Seite. Dementsprechend konnte ja auch einen Kostic da walten, wie er wollte, so ungefähr. Also das hätte wahrscheinlich auch die Dreierkette so hinbekommen, ohne dass Kostic mitgeholfen hätte. Aber da muss man natürlich sagen, das ist für die Langzeitlösung, gefällt mir das noch nicht. Das ist jetzt eine schöne Sache. Er performt auch ein bisschen, finde ich, momentan über. Er hat momentan richtig guten Lauf. Er bringt richtig gut den Speed auch auf die Straße. Man muss aber natürlich sagen, ein wirklicher Gratmesser war definitiv Düsseldorf jetzt auch nicht. Und man muss natürlich auch mal wieder schauen, gibt es denn nicht eine Möglichkeit, einen Kostic noch mehr Offensivräume zu geben? Denn auch, René, du hast es eben nochmal angesprochen, dieses ständige hin und her und zurück und vor bringt garantiert auch jetzt nicht den Leistungseffekt, den du vielleicht vorne noch in der Offensive brauchen kannst und vielleicht auch einsetzen kannst. Deshalb, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch eine Lösung finden, dass wir einen Linksaußenverteidiger finden, der wirklich so fit ist und die Leistung bringen kann, die einen Außenverteidiger bringen muss, auf der anderen Seite, dass ein Kostic nochmal nach vorne rücken kann. Ja, aber wohin dann? Also du hast ja, da ist ja keiner. Naja, gut, dann müsstest du halt das System umstellen und mit einem 4-4-2 spielen. Und das kriegen wir ja aktuell noch nicht. Ja, aber sollten wir das überhaupt gerade machen? Ich weiß es gar nicht. Im Moment noch nicht. Ich würde es auch so sehen. Also meine Traumaufstellung ist tatsächlich, dass wir mit Kostic und Rebic auf den Außen spielen und Halerjovic vorne und mit zwei Sechsern und einer Verkette. Die Sache ist halt, aber die sollten wir uns dieser Stärke berauben, dass du Hasebe wirklich als Diebro hast und dass du mit Da Costa, der ja wiederum bei Da Costa ist, ist ja so der Gegenteil gefallen. Er hat ja dadurch, dass diese Rollen auf den Außen ein bisschen offensiver interpretiert werden jetzt, hat er ja eigentlich, obwohl er eigentlich Verteidiger ist, hat er ja mehr Freiheiten, die Kostic natürlich kennt, weil er eigentlich eine andere Position hat, er aber eigentlich nicht. Das heißt, diese Statik, die unser Spiel gerade hat, die passt ja gerade. Stimmt. Da weiß ich nicht, stell dir vor, wir ändern es jetzt und dann geht es schief. Dann kann aus dieser Nummer auch so eine komische, psychologische Sache werden, weil es muss ja dann gar nicht an der Aufstellung liegen, aber es kann ja sich trotzdem dann so anfühlen und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach für Hütter, weil das für ihn, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein Kompromiss ist und Kostic auf der Position ist auch ein Kompromiss, da gehe ich mit dem Dennis. Man will eigentlich nicht, dass er irgendwie, keine Ahnung, dass er irgendwann Arjen Robben verteidigen muss. Also so. Aber stellen wir die Frage doch mal einem wahren Experten. Hallo Marvin. Hi. Uwe. Uwe, was eine Stimme. Sollten wir das System jetzt schon wechseln auf ein 4-4-2 oder warten wir damit noch? Besteht auch aktuell keine Notwendigkeit dazu, oder? Also ich meine, warum? Also ich würde das aktuell nicht, ich würde so, wenn es geht, so lange wie möglich, genau so spielen. Ich meine, okay, jetzt ist Savage wieder da, aber dann kann sich jemand, der die letzten Spiele gemacht hat, vielleicht mal ein bisschen ausruhen, aber ich würde jetzt nicht komplett den Systemwechsel machen. Ja, sehe ich auch so. Also solange ein Jovic und ein Da Costa da draußen die Meter noch gehen können und das alles so funktioniert, würde ich halt wirklich eher vorne bei den dreien Rebic, Jovic, Haller durchrotieren, weil noch haben wir ja halt auch relativ viele englische Wochen. Da macht es halt durchaus auch Sinn, dem ein oder anderen da mal so eine Erholungspause zu gönnen. Wenn natürlich dann irgendwann der Faktor kommt, wo wir sagen, okay, wir brauchen irgendwie in der Defensive ein bisschen mehr Stabilität noch auf den Außen, dann vielleicht, aber momentan würde ich da auch, also ich finde, Kostic ist für mich da offensiv genug. Das war ja so die Frage von Dennis am Eingang, schaffen wir es irgendwie Jovic noch ein bisschen, äh, Jovic Kostic noch ein bisschen offensiver ins Spielsystem zu bringen. Er macht doch seinen Job aktuell mega gut, also ich wüsste gar nicht, warum man darin jetzt was ändern sollte, ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt auf die Dauer abspielt, aber das ist doch jetzt aktuell einfach richtig gut, was er da macht, wird da gar nichts dran ändern. Also ich meinte auch eher so der nächste, der nächste Schritt, ich bin da so ein bisschen, wir müssen ja auch ein bisschen an Variabilität arbeiten, auch mit dieser Mannschaft, wie sie momentan steht, wird halt immer leichter ausrechenbar und, ähm, ich finde auch, dass es halt schön wäre, wenn du ein bisschen, ja, Variabilität im Spiel, eventuell dann auch mal in der Halbzeit so wechseln kannst, dass du eben auch, äh, stärkere Außenverteidiger hast, das sehe ich halt im Moment noch gar nicht. Ich wüsste jetzt auch, ich bin voll bei euch, dass das System von heute auf morgen umzustellen und startelfmäßig so aufzutreten, würde überhaupt keinen Sinn machen, weil da ist keine Not da. Es werden aber leider auch Spiele kommen, wo man merkt, oh, das System funktioniert momentan so nicht und da sehe ich momentan auch noch so ein bisschen die Schwierigkeiten, da hoffe ich, dass dran gearbeitet wird, dass du eben auch diese Variabilität hast, dann eventuell auch Viererkette umzustellen und dadurch auch ein bisschen stärkere Außenverteidiger zu haben. Das könntest du aber jederzeit, weil du ja so die Leute theoretisch hast, ne, also ich meine, wenn du sagst, okay, du musst defensiv besser stehen und Jovic ist halt jetzt nicht der Außenverteidiger gegen die ganz Starken, ja, dann kann man es ja wieder mit Williams probieren, der halt eine gute Nummer ist und dann kann ich den reinbringen, der ist ja auch relativ nah an der Mannschaft dran, zumindest immer auf der Ersatzbank und hat defensiv natürlich wesentlich mehr Stärken als Kostic, der sich da erst reinfuchst, aber halt gegen schwächere Gegner wie Züsseldorf potenziell natürlich auch total stark sehen, aber auch Limassol ist das natürlich eine geile Sache, dass du so agieren kannst, denn dann kann jeder seine Stärken ausspielen und na gut, jetzt gegen Düsseldorf waren wir jetzt defensiv nicht so gefordert, Limassol müssen wir dann halt mal sehen, ne? Ja, das hat ja auch gegen Lazio Rom zum Beispiel funktioniert, also ich bin mir da gar nicht sicher, weil ich glaube, das hängt nämlich nicht nur von der Statik auf den Außen ab, sondern ich glaube, diese Hasebe-Nummer ist auch nicht zu unterschätzen, weil wenn du eine Viererkette spielst, dann änderst du es halt bei ihm auch. Ich glaube, für Hasebe ist es auch besser, wenn er das Spiel noch mehr vorsichert, als wenn er wie am Anfang da auf der Doppelsex spielt und dann vielleicht sogar deswegen aus dem Kader rausfliegt. Das ist schwierig. Also ich kann da beide Seiten verstehen im Sinne von diese Traumaufstellung, die ich im Kopf habe, sieht auch anders aus, aber was man auf dem Platz sieht, muss man so akzeptieren. Das ist gut so, wenn Hasebe diesen Libero geben soll, wenn das der Abwehr bei mehr Stabilität gibt, wenn diese Außenverteidiger gerade funktionieren, auch in der Konstellation, dann finde ich das okay und dann würde ich nämlich, selbst wenn man personell wechselt, das auch nicht wechseln erstmal, wenn Kostic dann mal überspielt ist, was nicht mehr lange hin sein kann, weil er war trotzdem bei der WM und er hat jetzt glaube ich fast jedes Spiel gemacht, dann muss er Williams ran, dann soll er es aber auch bringen, das muss halt nahtlos dann übergehen, aber dass er die Rolle halt eh nicht interpretiert dann, dass sich die Statik von dem Spiel halt nicht verändert, sondern vielleicht nur die Protagonisten und ich glaube trotzdem, Dennis, um deine Angst vielleicht ein bisschen zu nehmen, ich glaube selbst in der Beibehaltung dieses Systems ist es so, dass du trotzdem noch genug Variabilität innerhalb dieses Systems haben kannst, durch die verschiedenen Spielertypen auch, dass du sagst, okay, du kannst alleine die drei Mittelfeldspieler so gestalten, dass sich die Statik komplett verändert im Sinne von, wenn Fernandes spielt, ist es was ganz anderes, wie als wenn Du Gußmann zum Beispiel spielt und dementsprechend können die ja auch mit den Leuten auf den Außen so agieren. Ich glaube, wir sollten, wie der Marvin es gesagt hat, gar keine schlafenden Hunde wecken, erstmal so weitermachen und wenn dann irgendwann man an der Punkt kommt, dass du sagst, okay, da und da hakt es, dann kann man eingreifen, aber ich würde jetzt in der nächsten Zeit gar nicht so viel ändern, zumal wir ja jetzt auch viele unsägliche Länderspielpausen hatten im Sinne von, der eine oder andere konnte sich zumindest ausruhen und sollte zumindest heute noch voll im Saft sein und vielleicht dann erst Ende November, Anfang Dezember auf der Ferne. Rehe ich mit euch. Ja, es werden ja auch noch genügend Dinge kommen, also ich meine, natürlich läuft jetzt gerade, wir haben relativ wenige Verletzte, aber lass halt mal drei Wochen nochmal ins Land gehen, wo wir jede Woche mindestens ein bis zwei Spiele haben und dann wird die Sache wieder anders aussehen, dann können wir froh sein, dass wir halt Kostic und Rebic und Alerjovic, ja und Gacinovic, dass die alle haben, weil dann fällt einer bis zwei Fallen dann aus, hoffen wir nicht, vielleicht kommt es gar nicht so weit, dann haben wir Glück und können in dieser Form dann einigermaßen zusammenspielen und holen dann vielleicht noch mehr Punkte, aber damit muss man ja rechnen und dass wir halt momentan so viele Leute haben, die klicken, das ist ja das Geile. Wir hatten ja zeitweise in den vergangenen Jahren immer wieder so ein, zwei, wo wir gesagt haben, oh geil, super, dass das zusammen funktioniert, aber dass du jetzt Leute hast wie Kostic, wie Rebic, wie Alejovic, die alle ein krankes Niveau aktuell haben, das ist ja etwas. In Dika, ich habe jetzt nur von der Offensive gesprochen, aber klar. Aber das ist, ich sehe es wie du, wir haben uns ja, als wir die Sendung eingeleitet haben, als du noch nicht da warst, man tut sich auch fast schwer außerhalb von Alejovic, die offensichtlich wirklich wichtige Protagonisten in dem Spiel waren, du kannst aber wie gesagt auch in Toronen, in Dika, das sind also dieses ganze Spiel, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr in Rausch reden, aber was sollen wir machen, wenn der aktuelle Status Quo so ist, wieder mal, wenn es sagt, das greift krass ineinander an gewissen Stellen, da kann man echt froh sein, weil man, falls sich jemand verletzt, auch noch Leute hat, von denen man vielleicht ein ähnliches erwarten kann, beziehungsweise die dann, wenn sie dann als einzelne Faktoren reinkommen, vielleicht auch gar nicht mehr so schwer haben, in dieses funktionierende Gebilde reinzukommen, um dann auch zu funktionieren. Ich glaube, das hilft an allen schon und da hoffen wir einfach, dass es jetzt erstmal so weitergeht. Du musst natürlich auch sehen, Stendera ist eingewechselt worden für Thoreau, der jetzt vielleicht auch nicht mal so einen optimalen Tag hatte und selbst der hat sich gut in die Mannschaft und in das Spiel integriert. Also selbst da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass so jemand, der jetzt auch wenig Spielpraxis in letzter Zeit hatte, da reinkommt und, mein gut, der Gegner war Düsseldorf und die waren auch echt nicht gut an dem Tag, aber trotzdem, das war solide, also kannst du nichts gegen sagen. Stimmt, obwohl natürlich Stendera in ein super Spiel gekommen ist, mit dem das 3-0 schon geführt, so ein bisschen war Düsseldorf auch schon wirklich nicht mehr ganz so motiviert, aber das stimmt schon. Es ist schön, dass die Spieler, die von der Bank kommen, die ihre Spielzeit bekommen, auch performt haben. Auch Renau war jetzt nicht super schlecht, als er eingewechselt wurde, dass man sagt, ach du Schande, was macht denn der da hinten im Tor? Auch, na gut, da kann ich jetzt nicht einschätzen, das waren die letzten fünf Minuten, da konnte man nichts groß sehen. Auf der anderen Seite, wie du sagst, ein Stendera hat auch das performt, was man erwartet hat, nämlich eine solide Leistung, aber es ist natürlich sowas, da werden wir auch immer wieder den Punkt haben, dass hoffentlich auch Spieler, die jetzt Langzeit verletzt waren, wie, na wie heißt er denn, unser Mittelfeldspieler, der jetzt mit einem Wirbelbruch das hatte? Gerald. Gerald ist genau, das ist auch für mich nochmal ein Spieler, der im Endeffekt auch nochmal eine Qualität auf den Platz bringen kann und das sind auch wieder Sachen, das merkt man, selbst wenn man über so Namen spricht, oh stimmt, den haben wir auch noch, wenn der dann noch in der Mannschaft, der noch helfen kann, also die Position, ich bin voll bei euch, dieses System, wie es momentan ist, sollte man auf keinen Fall grundartig oder schlagartig ändern, aber es muss natürlich auch so ein bisschen der Wechsel da sein, der macht ja dann auch die Mannschaft aus, diese Doppelbelastung, die wir eben haben durch die Europa League, dann auch ein bisschen zu kompensieren, ein bisschen das Spielsystem, ein bisschen die Variabilität reinzubringen, also ich finde es auch total geil, dass die Leute, dass man sich keine Sorgen mehr haben muss und denkt, oh Gott, wie soll ich denn aufstellen, sondern es ist im Endeffekt sowas, ach du kannst im Moment aus dem Vollen schöpfen und das ist einfach nur richtig geil und das ist ein Gefühl, was wir lange nicht hatten. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, bei dieser Auswechslung von Trapp da in der 60. da hatte ich kürzzeitig so ein bisschen Schiss, dass es da doch irgendwie was gibt, aber es scheint ja wirklich nur vorsorglich gewesen sein wegen der Adonktorenreizung, die er da auch in der Länderspielpause hatte, aber das war so kurz der Schockmoment für mich an dem Spieltag. Weiß man da schon irgendwas? Also ich habe jetzt immer nur Vorsichtsmaßnahmen gelesen, aber Vorsichtsmaßnahmen vor was? Ich habe nichts gehört. War wohl wieder irgendwas mit der Muskelverhärtung oder sowas und da hat es wohl angekündigt. Er hatte ja diese muskulären Probleme, diese Adonktorenreizung da in der Länderspielpause, deswegen ist er ja davorzeitig auch von der Nationalmannschaft abgereist und er scheint wohl da so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu haben, aber trotzdem, wenn er in der 60. Minute den Torwart auswechselst, also das machst du entweder, weil du den Gegner arg demütigen willst, was ich mir in dem Moment nicht vorstellen konnte, oder weil halt einfach irgendwas Verletzungstechnisches ist und da hatte ich echt kurzfristig ein bisschen Schiss, aber zumindestens hat man jetzt nichts Größeres gehört. Kann ich aber verstehen, so ein bisschen Angst hatte man wirklich, ja. Jo. Aber es ist eigentlich alles, ja gut, das Einzige, was ich hatte ja vor dem Düsseldorf-Spiel so ein bisschen spekuliert, ob Fabian vielleicht mal wieder reinkommt, war nicht der Fall, so ein bisschen ist er, wirkt so ein bisschen außen vor, glaube ich. Der war gar nicht auf der Bank, oder? Der war nicht auf der Bank, da, da. Der meinte ja, also der ist so ein bisschen weg. Ist aber, wer weiß, aber was ja ein gutes Zeichen ist, auch für Fabian, dass jemand wie Gotan, an denen wir, bis wir diese acht Tore und bis wir hier über ihn geredet haben gegen Hano, acht Tore macht er, haben wir auch nicht mehr ihn auf dem Schirm gehabt. Selbst er hat es ja wieder geschafft. Und dann muss das ja auch ein Zeichen sein. Das finde ich auch ein gutes Zeichen. Dieses Zeichen hat der Jakobac auch immer gegeben, dass wenn du gut trainierst oder irgendwas irgendwie dich bemühst, dass du wieder reinkommen kannst. Der Nick schreibt gerade im Chat, dass Renaud gegen Düsseldorf zu Null gespielt hat. Trapp nicht. Ah, fieses Ding. Naja, war gut. Also ich meine, er hat ja schon ein paar gute Szenen dann noch gehabt. Also das muss man ihm auch zugute halten. Da waren definitiv auch ein paar Torschüsse von Düsseldorf und das ist so der Punkt, der mich eigentlich momentan eigentlich, da war zweimal eigentlich in dem Satz, glaube ich, der mich am meisten stört. Nicht, dass wir ausrechenbar sind, was das Spielsystem angeht, sondern dass wir immer wieder diese kleinen Momente haben, wo wir unaufmerksam sind und Fehlpässe spielen und den Gegner dann immer wieder dann doch in so Torschancen spielen. Das habe ich bei Fußball 2000 schon gehört, ja. Das letzte Spiel, wo wir zu Null gespielt haben, war, ich habe für ihn nochmal nachgeguckt, Freiburg. Das ist jetzt zehn Spiele her. Interessant. Guter Punkt. Ob du den selber rausgefunden hast, weiß ich nicht, aber ich habe den schon mal in so einem kleinen Videoformat gehört. Aber ja, du hast vollkommen recht. Was für ein Video? Nee, Video gucke ich nicht. Ja, aber das ist wirklich schon genau der Punkt. Das ist natürlich die Haarspalterei bei einem 7 zu 1. Aber natürlich sind das so Dinge, da muss man dann ein bisschen drauf achten, dann wird es wieder ein bisschen unsicher. Aber auf der anderen Seite, die Mannschaft kann reagieren und kann blitzschnell nachsetzen, auch auf kleinere Pixel. Und das ist halt auch eine Qualität, die musst du halt erstmal an den Tag legen. Ja, zum einen das oder auch zum anderen, das wurde hier im Chat auch schon geschrieben, du hörst halt auch dann nicht auf. Ich meine, man hätte jetzt auch sagen können, irgendwie 4-1, okay, jetzt haben sie noch ein Tor geschossen, wir haben am Donnerstag Euroleague-Spiel, dann machen wir jetzt hier mal langsam und verwalten das Ding und spielen es hinten rum. Aber nö, die Mannschaft sagt halt, nee, und der Trainer anscheinend auch, komm, heute geht was, wir legen nochmal was nach. So wie ich das verstanden habe, hat der Trainer der Mannschaft sogar die Option gelassen. Also habe ich ein Interview gelesen, dass er sagt, also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr verwaltet das, das ist 3-0, das dürftet ihr hinkriegen oder ihr macht halt noch ein bisschen weiter. Das hat sich fast so angehört, als hat er der Mannschaft das überlassen und die hat dann das quasi in so einem Flow übernommen und dann ging es halt weiter. Was aber halt auch eine geile Aktion ist. Finde ich sehr interessant, ohne das jetzt zu bewerten, ich finde das ziemlich interessant, die Aussage. War ja auch so, war ja genauso und finde ich auch mega spannend. Also ich finde es halt aber auch geil, das Statement dann, was dann von der Mannschaft kommt eben nicht, naja gut, wir machen jetzt ein bisschen low und schauen mal, dass wir das Ding über die Runden bekommen, weil wir haben ja am Donnerstag wieder ein Spiel, sondern okay, dann haben wir jetzt richtig gar. Der Trainer hat gesagt, wir dürfen, bam, bam, bam. Ja genau. Und das ist ja auch genau die Einstellung gewesen. Du hast es ja in jeder Sekunde gemerkt. Du hast es in jeder Phase, die der ganzen über 90 Minuten gemerkt, dass die total geil waren, noch mehr zu machen. Ja. Ja, müsst ihr auch aufpassen. Ich muss sowieso aufpassen. So ein bisschen Pessimismus, präventiv müssen wir uns noch bewahren, weil wir wissen ja nicht, was kommt und so lang ist die Saison auch noch nicht. Aber was wir festhalten können, nach diesen holprigen Startwochen sieht es schon mittlerweile echt ganz gut aus. Also das ist so, wirklich, du hast zumindest das Gefühl, ohne dass nämlich jetzt und in diesem Düsseldorf und ich zähle auch Rom dazu, in diesem Rausch zu bewerten, muss man trotzdem sagen, die Nummer ist zumindest, scheint sie auf dem Weg zu sein. Also es ist natürlich noch nicht alles top, ihr habt es erwähnt, aber es scheint, die Maschine scheint langsam ins Rollen zu kommen und wenn das konserviert werden kann, dann kann das eine echte, entspannte Saison werden und das hätte der ein oder andere vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht gedacht und das sollte alle ein bisschen beruhigen und fast von der Beruhigung in eine kleine Euphorie versetzen, weil wir können am Donnerstag in der Europa League auch einen wichtigen Schritt machen zu sagen, okay wir überwintern tatsächlich in Europa und das hätte glaube ich bei der Gruppe hätten das nicht so viele gedacht. Ja, bevor wir zu dem Donnerstagspiel kommen, vielleicht nochmal kurz, weil wir jetzt gerade eben schon über die Spieler gesprochen haben, nochmal das, was aktuell in Bezug auf Transfers und Vertragsoptionen gesagt wurde und zwar hatte Hübner ganz klar gesagt, dass wir die Vertragsoptionen bei Jovic definitiv ziehen werden und dass sogar die Ablöse gar nicht so hoch ist wie bisher mit 12 Millionen angedacht. Ja, ich will jetzt einfach, ich will jetzt einfach, dass das Ding jetzt endlich mal durch ist, wie viele Milliarden mal ich jetzt schon gehört habe, ja wir ziehen die Kaufoptionen, ja und es ist auch gar nicht so teuer, bla bla bla, ich will, dass es jetzt endlich mal fix ist und erst dann rede ich wieder darüber, weil das wird jetzt schon seit einem halben Jahr irgendwie gefühlt darüber reden, macht die Sache halt jetzt auch nicht besser. Sollen es machen und dann ist der Käse gegessen, dann freue ich mich. Aber einen wichtigen Punkt habe ich zu dem Punkt noch oder Basti, willst du erst? Nein, mach du, alles. Es ist im Endeffekt, diese portugiesischen, nenne ich jetzt mal Medien etc., berichten ja viele davon, dass Lissabon eine Klausel einarbeiten oder einsetzen will, die im Endeffekt an einem möglichen Weiterverkauf sozusagen dann partizipiert. Da frage ich mich dann, also das würde ja gar nicht dazu passen, dass die Verträge schon fertig sind, weil wenn ein Vertrag fertig ist, wäre die Eintracht ja total bescheuert, wenn sie im Endeffekt sagen würde, ach so, dann nehmen wir die Klausel noch mit an und setzen nochmal unsere Unterschrift drunter. Das lässt für mich auch so ein bisschen Spielraum dazu, ob das wirklich komplett fix ist oder ob es im Endeffekt doch noch so ein paar Optionen gibt, dass Variabilitäten und eventuell auch Sachen, die einfach flexibel gestaltet sind, im Vertrag eventuell erst eine Auswirkung haben, wenn der Spieler so und so performt oder so und so oft eingesetzt wurde, dann passiert das und das, lässt eigentlich eher darauf schließen, dass es keinen fixen Vertrag, du kannst den Spieler nach zwei Jahren für den den Preis kaufen. Sonst wären, glaube ich, diese ganzen Gerüchte und auch diese ständige Wiederholen, ja, ja, wir haben das schon gut gemacht und so weiter, würdest du es, denke ich, heute schon ziehen. Da hättest du einfach nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da stecken wir alle nicht drin. Das hat vielleicht auch teilweise buchhalterische Gründe, wann du irgendwas wirksam machst. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ehrlich, die Diskussion, weil diesen einen Artikel, ich erinnere mich an den, da habe ich auch im Freundeskreis, haben wir darüber diskutiert, Grüße an den Julian, was das bedeuten soll. Meine Interpretation war dann am Ende so, weil das war, glaube ich, ein bisschen unvorteilhaft formuliert von Fußball News, war es in dem Fall, glaube ich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das alles feststeht und wenn diese 30 Prozent existieren, dann existieren die, dann haben die von Anfang an existiert und dann sind die halt Teil dieses Vertragswerks und dann ist das so, dann zahlt die Eintracht acht Millionen und wenn die Eintracht weiterverkauft, muss sie 30 Prozent dann beim Fika abgeben. Aber ich sehe es mittlerweile nämlich nach diesen ganzen Diskussionen, nach diesen Wasserstandsmeldungen genau wie der Marvin, lass uns darüber reden, wenn das gezogen ist, wenn es irgendwie mehrere, einigermaßen verlässliche Quellen gibt, was die Vertragsmodellitäten und die Ablösesumme betrifft. Ich glaube, was wir gerade heute festhalten können, das wird sich zwischen acht und zwölf Millionen Euro bewegen und man kann nur hoffen, dass diese Ausstiegs-, die Weiterverkaufswert bei Benfica, dass der so gering wie möglich ist. Mehr können wir jetzt eh nicht machen, aber dass die Eintracht Jovic verpflichtet, das steht ja komplett außer Frage, weil dann können wir den Spielbetrieb einstellen, wenn du Jukola wie Luka Jovic nicht verpflichtet bist, für keine Ahnung, egal wie, selbst wenn es 15 Millionen wären, ja dann brauchst du auch nichts mehr, also dann weiß ich es nicht, aber das steht ja auch nicht zur Diskussion. Von daher, bin ich gespannt, wann es gemacht wird und in welcher Form, bin da aber sehr zuversichtlich und das ist ein Brett, das ist ein Bretter Spieler, also da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn die Eintracht das wirklich gut vorne verhandelt hat, dann sind wir hier, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen Preis heutzutage, wenn eben das wäre, dann sind wir hier echt die Ersten, die hier applaudieren. So sieht es aus. Und es hat sich jetzt auch schon länger angekündigt, dass er jetzt natürlich fünf Tau gegen Düsseldorf gemacht hat, das ist jetzt dem Ganzen die Krone auch, aber wir haben vor dem Mal schon darüber gesprochen und das muss jetzt gemacht werden und dann sind wir einen Schritt weiter und dann werden wir immer noch sehen, wie lange der Spieler dann bei der Eintracht bleibt und dann werden wir immer noch sehen, wie lange die Leute, die jetzt aktuell overperformen, wie lange die dann bei uns bleiben, aber dass wir die erstmal fest verpflichten, das muss gemacht werden. Dann gab es noch eine zweite Meldung, die mich so ein bisschen irritiert, ratlos zurückgelassen hat und zwar die Aussage, dass man Trapp gerne über die Saison hinaus verpflichten will. Ich hatte es jetzt bislang eigentlich so wahrgenommen, dass man jetzt Trapp für die Saison ausgeliehen hat, weil es einfach ein gutes Geschäft war und weil Renault gerade noch nicht so fit ist, dass man jetzt irgendwie dauerhaft spielen lassen will, da stelle ich mir jetzt die Frage, ist da mehr dran oder ist es jetzt einfach nur, weil es gerade so gut passt? Die Frage ist, inwiefern es machbar ist. Ich glaube, Trapp hat bis 2020 Vertrag in Paris, ne? Ja, und er wird wahrscheinlich auch nicht gerade wenig im Monat da kassieren. Gut, aber es wäre einfach nur ein Jahr länger und du kannst ja im letzten Jahr nicht leihen, dementsprechend, keine Ahnung, vielleicht wird auch nochmal der Vertrag verlängert bei Paris, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann und wir leihen dann nochmal aus. Länger Ausleid, meinst du? Ja. Ja, aber warum sollte Paris den Vertrag verlängern? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die haben da zwei Super-Torhüter, ich meine gut, Buffon wird jetzt auch keine Achtjahre mehr spielen, aber du hast ja trotzdem da auch noch andere, ich meine, sonst hinten sind ja jetzt auch nicht verliehen. Ja, aber doch, vielleicht ist es genau, vielleicht ist einfach, Buffon wird nicht mehr ewig da sein und wenn die sehen, dass Trapp sich hier gut macht, dann werden die bestimmt denken, okay, falls Nummer zwei oder Nummer, ja, nehmen wir dich auf jeden Fall, aber die Frage ist halt, A, was er will, B, was kann die Eintracht finanzieren? Da sind so viele Faktoren und wenn wir über Jovic jetzt schon erst reden wollen, wenn da was fix ist, dann würde ich das bei Trapp auch gerne machen, weil das, das ist mir noch viel, viel, viel zu schwammig, als dass ich das irgendwie bewerten könnte, weil ich ja noch gar nicht weiß, in wer es für eine Richtung das gehen würde, von wem das kommt, ob das von Trapp gewollt ist, ob die Eintracht das will, ob beide das wollen, was ist mit Rönno, wie ist die Planung, wie kann man das finanzieren? Also da würde ich jetzt wirklich, da würde ich einfach abwarten und gucken, wenn es da irgendeine Neuigkeit gibt, mit der man irgendwie anfassen kann, aber bis jetzt ist das noch alles sehr schwammig. Da fließt noch der FBA Wasser. Da gebe ich dir ja recht, dass das total schwammig ist, aber deswegen macht es mich ja gerade so konfus, wenn du dich mit so einer Aussage vor die Presse stellst und dann überlegst du mal, du hast da einen Rönno, der einen Vertrag hat und als Nummer eins gut dann denkst du, was jetzt hier, wie, warum, aber das ist doch Rönno dann auch egal, wenn das im März wieder anders ist, also jetzt ist es ja eh wurscht. Ja. Weißt du was ich meine? Also die Sache ist, glaube, Rönno muss auch damit klarkommen. Ich weiß, ich glaube, wir haben es auch in der Sendung hier gesagt, dass wir wirklich, dass der Kerl uns leid tut, dass wir es nicht verstanden haben und wir waren ja hier alles andere als euphorisch, als Trab gekommen, das muss man ja auch mal sagen. Also wir sind ja jetzt nicht hier ausgebrochen und haben gesagt, geil, der hat sich ja dann auch erst reingespielt, dass man jetzt sagen kann, der gibt der Mannschaft vielleicht trotzdem doch Sicherheit, wie einem Verantwortlichen waren unsicher, war ein bisschen blöd kommuniziert, weil Rönno ja scheinbar doch nicht verletzt ist, aber alles egal. Ist jetzt so, wie es ist, trotzdem muss Rönno damit klarkommen, wenn eine Mannschaft wie die Eintracht jemanden wie Trab hat und lieber auf den setzen will, dann muss Rönno, also was soll Heinz Lindner sagen, der kam auch hierher und hat dann gedacht, vielleicht spiele ich ja und dann war es doch nicht so, hat sich auch damit abgefunden, ist dann irgendwann weggegangen, dann wird das bei Rönno auch so sein. Wir dürfen jetzt nicht so tun, als hätten wir mit Rönno irgendwie wirklich das größte Torwarttalent auf der Welt auf der Bank und würden dann quasi mit Trab ihm die Zukunft verbauen. Klar kann das ein solider Torwart werden, vielleicht auch gut, aber ich würde es den Eintrachtverantwortlichen offen lassen, selber zu entscheiden, ob die Trab behalten wollen oder nicht. Wenn die das finanzieren können, bin ich der Letzte, der sagt, nee, scheiße, sondern ja, also das sehe ich sehr, sehr entspannt. Könnte aber ja auch eine taktische Sache der Verantwortlichen sein, dass die einfach ein Trab gibt, eben der Marke Eintracht Frankfurt, eine Aufwertung, Nationaltorwart etc. Das kann natürlich in Verhandlungen, wenn du in Aussicht stellst, der spielt noch ein Jahr länger für uns, das kann auch einfach für Partner, für potenzielle Geschäftsabschlüsse und so weiter. Das spielen so viele Aspekte, die eventuell dann auch gezielt, jetzt noch nicht belegbare Fakten dann offenbart werden, eben das eventuell spielt ein Trab nächstes Jahr noch da, kann den ein oder anderen Geldgeber oder anderen Sponsor dazu vielleicht bewegen, noch ein bisschen mehr Engagement dazu machen und dann soll es mir recht sein und wenn er für uns spielt, ist auch gut, aber da gibt es so viele Punkte, bin ich voll bei euch, das müssen wir uns angucken, ob das nicht einfach ein paar kleine Lagerfeuer sind, die hier gemacht werden und ob am Ende was bei rauskommt, mal schauen. Wir haben halt mitten in der Hinrunde, also ich meine, da fließt noch so viel Wasser im Main entlang, bis wir da wirklich in heiße Gespräche kommen, das ist nicht der 11. 12. Spieltag, das ist der 25. 28. Da wird dann noch ein bisschen drüber nachgedacht und bis dahin alles nett, wenn das finanzierbar ist, kann man drüber nachdenken, aber da verstehe ich ehrlich gesagt so Aussagen gar nicht, also ich wüsste jetzt nicht genau, warum ich jetzt großartig Personaldiskussionen führen sollte in einer Zeit, in der mir alles wichtig ist, aber halt gerade keine Personaldiskussion, weil ich auf der einen Seite jetzt nicht eine absolute Vakanz habe, wo ich Lücken schließen muss im Winter, wir sind zum ersten Mal, ja, aber das sage ich jetzt, ich will nichts beschreien, aber bislang ist es nicht so, dass wir sagen, wir müssen unbedingt was tun im Winter, ja, das kann sich halt noch ändern, aber brauche ich erst recht erstmal nicht gucken, was ich jetzt im Sommer mache. Stimmt, Ja, das ist absolut richtig. Ja gut, dann lasst uns doch darüber sprechen, was wir am Donnerstag machen, da spielen wir nämlich um 21 Uhr zu Hause gegen Apollon Limassol, die aktuell in ihrer Liga der Tabellen Zweite sind und ich glaube auch bislang nahezu alles gewonnen haben oder ich glaube zumindest noch nicht verloren haben in der Liga, ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt der große Maßstab, aber sie haben ja immerhin auch gegen Marseille sich zu einem 2 zu 2 durchgekämpft, also ich glaube, das wird jetzt auch nicht unbedingt so, ja, ich bin mir da so ein bisschen unsicher, ich schließe mich da Basti von vorhin so ein bisschen an, ich warte irgendwie drauf, dass es so knickt und das wäre für mich wieder so eins der typischen Spiele, so wie wir es letzte Woche eigentlich schon gegen Düsseldorf gesagt haben, wo es irgendwie so ein bisschen knickt, ich weiß nicht, ob ihr da die Befürchtung teilt oder wie ihr da unterwegs seid. Ich verlasse mich da komplett auf Marins Expertise, die mich schon bei Fußball 2000 sehr beeindruckt hat, weil ich glaube, Marvin von uns vier am meisten über den Gegner weiß, weil ich ganz ehrlich bin, ich weiß überhaupt nichts. Der Name klingt irgendwie nach dem leichtesten Gegner, aber das bezweifle ich irgendwie, weil die haben sich ja auch gegen Marseille nicht so dumm angestellt. Das ist das. Das wird wirklich knackig. Aber ich weiß nicht, da habe ich glaube ich auch bei Fußball 2000 gehört, sehr, sehr gehaltvolle Sendung, dass trotzdem, und ich glaube, das war der Herr Weidenfeller, der das gesagt hat, dass trotzdem vielleicht diese Skepsis gegenüber, ob wir diesen Gegner irgendwie schlagen können, vielleicht so ein bisschen dadurch wettgemacht wird, dass wir halt trotzdem wieder diese Atmosphäre haben mit Choreo, mit Flutlichtspiel, mit Europa-Karlbock und das ist für uns kein Alltag. Die Stimmung wird wieder grandios sein. Die wird genauso wie gegen Rom sein, egal, ob der Gegner vielleicht eine Nummer drunter ist. Und das könnte im Endeffekt den Ausschlag gegen das große Unbekannte geben. Kann ich mir halt auch echt gut vorstellen. Natürlich muss es auf zwei Seiten sehen. Zum einen sind wir, jetzt ist unser zweites Heimspiel in der Euroleague. Das ist erstmal mega. Also das ist ja super, super geil, dass wir da diese Chance bekommen, uns auf internationalem Parkett zu beweisen. Es gibt nur Choreo. Aber auf der anderen Seite ist es halt für die auch krass, weil die halt diese Stadiengröße nicht gewohnt sind. Diese Euphorie sind die auch nicht gewohnt. Also wo sie hingefahren sind, naja, da war jetzt nicht immer so total abgebrochen. Also war jetzt kein, sag ich mal, Europasturm in dem Sinne. Das wird für die auch emotional auch nochmal anders sein. Klar, es ist aber halt der extrem schwierige, undankbare Gegner, weil du ihn nicht genau einschätzen kannst. Die spielen halt selber in der Liga, in der es nicht ganz so, ja, nicht ganz so hoch hergeht, wobei ich die Liga zum Beispiel tendenziell sogar auch jetzt nicht großartig schlechter sehe als die österreichische. Und das mal so, ganz ehrlich, ja, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das Interessante an der zypriotischen Liga ist ja, dass da extrem viele Spiele immer so zwischengeparkt werden, dass die mal eine Saison halt dort machen, bevor es halt weitergeht, weil das Wetter gut, du kannst einigermaßen gut durchleihen, ganz gut Geld verdienen, und du hast dann doch eine einigermaßen wettbewerbsrelevante Liga, und dadurch entsteht da schon so ein bisschen was, wie so ein Wettbewerb, der auch eine Relevanz hat. Und deswegen ist diese Mannschaft auch gar nicht so zu unterschätzen. Ich hatte den Uruguayaner genannt, der wird auf jeden Fall relevant werden. Also da müssen wir aufpassen. Der Junge schießt ein Tor nach dem anderen. In der Liga ist auch im Europacup schon gefährlich geworden. Die haben davor Leute rausgeworfen, Mannschaften rausgeworfen, die auch irgendwie eine gewisse Klasse haben. Das ist nicht einfach, aber ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass die Eintracht halt gar keinen Bock hat, hier das alles leicht zu nehmen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Das würde anders aussehen jetzt im Pokal, wenn wir jetzt in der zweiten Runde im Pokal gegen zu Hause, also im DFB-Pokal, was weiß ich, gegen KFC Oedling spielen würden. Da würde ich viel größere Gefahren sehen, als halt jetzt in dem Spiel, was jetzt bald kommt. Sehr gute Punkte auf jeden Fall. Und du kannst natürlich auch, was ja im letzten Spiel auch richtig stark war, war die Laufleistung der Eintracht. Ich hatte mal geschaut gehabt, waren wirklich eigentlich durchschnittlich die Spieler alle über elf Kilometer gelaufen. Und ja, es ist halt schon ordentlich. Und da merkst du natürlich auch diese Lust. Da habt ihr ja vorhin schon mal drüber gesprochen. So, ah, du hast, du führst schon 3-0, ach, naja, willst noch weitermachen? Ja, du willst. Und dann, wenn die Atmosphäre da noch stimmt, du spielst im eigenen Wohnzimmer, du knallst im Endeffekt eventuell dich in die nächste Runde schon oder reißt zumindest die Tür schon auf. Also es ist richtig geil. Und da brauchst du jetzt wirklich, Basti hat es vorhin richtig gesagt, wir dürfen jetzt nicht zu sehr alles gut reden und total heiß laufen. Aber du musst diesen, diese Motivation musst du jetzt einfach mit rübernehmen. Und du merkst an dieser Laufleistung natürlich, wenn die Spieler 110 Prozent dann geben, dann kannst du so ein Spiel, selbst wenn es mal nicht so optimal läuft oder der Gegner eventuell mal an der einen oder anderen Stelle einen guten Tag erwischt hat. Das kannst du damit wieder ausgleichen. Und ich finde, jetzt hast du natürlich am letzten Freitag eine scheiß Gegner-Mannschaft so ungefähr, die war schlecht drauf. Du läufst noch mehr, du bist motiviert, dann knallst du die 7-1 vom Platz. Wenn du da unsere Leistung jetzt im Endeffekt einigermaßen duplizieren kannst auf das nächste Spiel, gerade mit Motivation und Laufleistung. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch als Gewinner vom Platz gehen. Ja, und das ist es halt. Also die Mannschaft ist fit, die Eintracht ist fit und sie kann in genau solchen Situationen dadurch, dass sie halt diesen Willen hat, ja, die Laufleistung ist wirklich toll, da siehst du dann halt auch, dass Leute wie Gacinowitsch ja vielleicht nicht so ein ganz auffälliges Spiel gemacht hat gegen Düsseldorf, ja. Dann siehst du aber, er ackert extrem viel. Das war der, der, glaube ich, zwölf Kilometer gelaufen hat. Genau. Und er ackert halt sehr krass für diese Mannschaft, ist dann im Hintergrund vielleicht wichtiger, als dann, also man denkt, dann siehst du, okay, er verteilt die Bälle. Aber da siehst du, dass das Konzept momentan ganz gut ineinander greift. Und genau mit dieser Intensität hast du dann auch echt eine gute und realistische Chance, halt auch gegen Lanaka, Limassol, ich lande in Lanaka, muss aber nach Limassol dann, beim Rückspiel, die dann halt dementsprechend auch zu besiegen. Und wenn das gelingt, mega. Weiß man was, mit wie vielen, also wie viele Auswärtsfans erwartet werden? Weil für die ist es natürlich dann auch nochmal, auf der einen Seite vielleicht jetzt keine so kleine Reise, aber auf der anderen Seite natürlich auch nochmal ein Anreiz, in so ein Stadion dann halt einfach auch zu kommen. Leider nichts mitbekommen, nein. Weil das wäre halt auch nochmal spannend gewesen, aber gut. Es ist auf jeden Fall mega interessant, habe ich überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall sind halt noch Karten verfügbar, ja, also wer jetzt noch kurz entschlossen ist, kann glaube ich jetzt noch Karten holen für das Spiel. Liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt noch keine Karte habt, dann macht das auf jeden Fall, weil jetzt nochmal so ein Euroleague-Spiel mitzubekommen, wer weiß, wenn man dann in die nächste Runde kommt, gibt es die Chance nicht mehr. Also insofern, wenn das, ja, eng werden. Aber ich habe keine Ahnung. Okay, ja, wäre nur interessant gewesen, mal zu wissen, wie viele da auftauchen, aber nun gut. Dann kommen wir zu der zweiten wichtigen Frage, mit welcher Aufstellung spielen wir denn am Mittwoch, äh, Mittwoch-Donnerstag? Ja, ich bin in der falschen Zeit. Wen stellen wir denn das Tor? Trapp, oder? Ja, das ist klar. Ist das klar? Wieso? Vorsichtsmaßnahme, wie ist das? Also, da ich jetzt nichts Gegenteiliges gehört habe und davon ausgehe, dass Trapp aktuell da unsere Nummer 1 ist, würde ich ihn da ins Tor stellen. Okay. Ich rechne eher mit Renno. Weil du denkst, dass doch mehr beschädigt ist, als... Also, wenn man einen im Spiel auswechselt, weil irgendwas ist, dann spielst du irgendwie ein paar Tage später wieder, würde ich vermuten, aber keine Ahnung, mein Gott, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Trapp dann vielleicht in Nürnberg wieder auftaucht. Aber da... Ich finde aber auch, Trapp ist normalerweise gerade in so internationalen Spielen, weil er einfach einen Namen hat, würde ich ihn gerne sehen. Das ist einfach, dass einfach die Gegner ein bisschen einzuschüchtern, ist der blöde Ausdruck, aber zumindest zu zeigen, hey, wir haben hier einen Spieler, Weltklasse-Format, Nationalspieler, spielt bei einem Top-Klub, ist jetzt hier ausgeliehen, hierher und bringt für uns die Performance. Ich denke schon, dass die Spieler, die zumindest, ja, es wird ja immer Spielerbewertung etc. gemacht, wird auf jeden Fall so sein, dass ein Trapp mehr Angst den Spielern einflößt, als ein Renault, zumindest auf dem Papier. Der aber auch Nationaltorhüter in seinem Land ist. Ja. Hm? Ich hätte jetzt nur gedacht, dass man damit rechnen kann, gerade bei Verletzungskommunikation von Eintracht, dass das vielleicht dann doch länger dauert, als man dann denkt. Uh, dann wären wir ja bei vier bis sechs Wochen wahrscheinlich. Nee, aber wie Dennis das sagt, also wenn das nicht so schlimm ist, warum wechselt man ihn nach 16 Minuten aus? Ich weiß nicht. Müssten wir gucken. Das ist für mich auch nicht die kriegsentscheidende Person. Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das eine Vorsichtsmaßnahme war, man kein Risiko eingehen wird, dass er definitiv am Donnerstag spielen wird. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass man ein Renault am Sonntag gegen Nürnberg im Kasten stehen sieht. Das würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall machen. Also ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn Trapp noch nicht fit ist, dann würde ich wirklich alles sagen, ihn jetzt draußen zu lassen, mit der genau gleichen Inverteidigung, die du jetzt beim letzten Spiel hattest. Das heißt, also ich würde die Inverteidigung genauso lassen, weil die ist eingespielt, die kann gut harmonieren und da kannst du auch einen Renault gut integrieren und würde dann eher sagen, dass ein extrem wichtiges Spiel gegen Nürnberg mit dem Standardtorhüter mit Trapp bestritten wird. Das wäre für mich extrem wichtig. Okay. Ja, weil ich glaube nicht, ich würde da in der Bundesliga diesen Wechsel einfach nicht vornehmen, weil das Spiel gegen Nürnberg für meinen Dafürhalten wackeliger wird als ein Heimspiel gegen Limassol. Ich glaube, das würde auch Renault leichter fallen. Hoffen wir einfach mal, dass Trapp so fit ist, dass er beide Spiele machen kann, dann sind wir doch alle zufrieden. Ja. Ja. Okay. Aber ich sehe es wieder mal, wenn Innenverteidigung gleich lassen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also da haben wir wieder Abram, Hasebe und Ndika und dann wird es davor ein bisschen interessanter vielleicht. Wir hatten jetzt im letzten Spiel dann davor Toro und auf den Außen Da Costa und Kostic. Da ist dann schon die erste Frage, wenn ein Rebic jetzt wieder da ist. Wir hatten gesagt, wir würden ihn da wahrscheinlich eher vorne im Sturm. Ist denn noch irgendjemand gesperrt, ganz kurz? Ich lege gerade, nee. Ich wüsste jetzt gerade kein. Ich hatte gerade überlegt, Willems, aber der war ja dann auch nach Helbrot in der Vereinsspiel. Der ist ja dann auch da mit dann wieder dabei. Von daher freie Auswahl. Ich, ja, ich glaube, ich würde mit Rebic und Jovic spielen und Haller wieder in Nürnberg rausholen. Was heißt das? Nee, Quatsch. Nein, 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 umgekehrt. Sorry, 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 sorry. Ich würde mit Rebic und Jovic in Nürnberg spielen und mit Rebic und Haller gegen Nimmersoll, glaube ich. Rebic würde ich bei beiden Spielen spielen lassen und Jovic und Haller tauschen lassen. Die haben ja auch dann eins mehr auf der Uhr, von daher würde es ja Sinn machen, damit du dann da mal wechselst. Vielleicht für ein Auswärtsspiel besser, also Haller ist für ein Heimspiel, finde ich geiler, dann hast du ihn da drin, wenn du bist dann wahrscheinlich eben ein bisschen mehr im Ballbesitz. Obwohl ich finde, dass ein Haller gerade immer, eigentlich, für mich ist eigentlich ein Haller der gesetzte Spieler und Jovic und Rebic sollten meiner Meinung nach sich austauschen, weil einfach ein Haller so stark ist in diesem Ball annehmen, Kopfballduelle nochmal verteilen. Ein Rebic kann mit seiner Sprintstärke und seiner Durchsetzungskraft Punkten, Jovic dann auch durch diese Abnahmen und wirklich starke Leistung. Also mir wird es fast wehtun, Haller rauszunehmen, muss ich wirklich sagen, jetzt bei dem Spiel sowieso nicht, aber auch dann im nächsten, weil er einfach diese Präsenz momentan hat und auch wenn das Spiel mal nicht so läuft, lange Bälle auf Haller, er verteilt, da würde ich eher sagen, Jovic und Rebic und Gasinovic bleibt draußen oder sowas, weil es würde mir wirklich wehtun. Also Haller würde ich sehr gerne weiterhin spielen, weil du eben, er gibt so viel Flexibilität auch im Angriff. Er kann selbst gut durchgehen, er hat aber halt auch die Stärke, lange Bälle anzunehmen, sie gut zu verteilen, abzuschirmen, das ist dann halt schon nochmal gut. Ja, man muss halt da trotzdem auch ein bisschen haushalten. Rebic hatte jetzt seine Pause, deswegen würde ich ihn in beiden Spielen stellen. Ja, okay. Dann musst du halt irgendwie gucken. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, du hast auf der einen, ist echt ein schwieriger Call, auf der einen Seite hast du Haller, den du halt eben einfach auch gut einsetzen kannst, um die Bälle festzumachen und dann halt einfach auch mal so eine Lücke zu reißen und den Ball dann da weiter zu spielen. Auf der anderen Seite hast du einen Jovic, der halt auch nach diesen fünf Toren wahrscheinlich dermaßen on fire ist, dass du dem gar nichts sagen musst, sondern der von vornherein schon anfängt zu laufen, wie so ein Duracell-Hase, um da irgendwie ein Tor zu machen. Also es ist halt echt eine schwierige Entscheidung gerade. Dann müssen wir vielleicht, dann müssen wir vielleicht, dann müssen wir jetzt hier einfach entscheiden, dass das System umgestellt wird und wir spielen mit drei Stürmern. Fertig. Hatte ich gerade eben ernsthafterweise auch noch. Dann spielen wir, nein, dann spielen wir halt fünf, dann hast du, das ist halt gut, dann spielst du halt eher, dann spielst du halt eher ein 3-4-3, sag ich mal. Du hast diese Dreierkette, die wir gesagt haben, dann hast du da Costa und Kostic auf den Außen, hast zwei zentrale Mittelfeldspieler und dann hast du vorne die drei halt. Dann spielst du halt, keine Ahnung, mit Toro und um es ein bisschen defensiver zu machen, mit Toro und Fernandes vielleicht. Dann hast du die beiden in der Zentrale, hast da Costa und Kostic auf den Außen und hast halt vorne Rebic, Valer und Jovic. Das wäre natürlich auch eine Ansage. Das wäre auf jeden Fall ein Offensiv-Fest. Es wäre mega, es wäre mega offensiv, was du natürlich auch durchaus mal bringen kannst. Ich hätte da so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil für mich dann keiner dabei wäre, wenn wir da Costa nicht drin haben, der vernünftige Standards schießen kann. Du meinst Degussmann. Ja, hatte ich nicht Degussmann gesagt? Ich hatte Degussmann, aber Degussmann, ja genau, wenn du wahrscheinlich... Ich meinte auf jeden Fall Degussmann. Ja, ja, stimmt. Ich würde durchaus bei der 3-4-3-Aufstellung mitgehen, würde allerdings Fernandes durch Degussmann tauschen. Das wäre jetzt ja noch offensiver. Habe ich dem widersprochen? Aber Marvin hat so schwer geatmet, der hat, glaube ich, noch eine andere Idee. Ach, Leute, das ist schwierig. Also, ich würde ein paar sinnvolle Wechsel vornehmen, wo ich halt denke, ich würde defensiv mit der genau gleichen Ausstellung anfangen. Also, ich würde auf jeden Fall Dika, Abraham. bei Abraham. Genau, und ich würde auch... Bei Toro weiß ich gar nicht, ob ich den drin lasse. Weiß ich, also, ich glaube, ich würde Toro sogar wirklich mal rausnehmen. Würde dafür dann irgendwie sehen, wenn ich dann reinsetze, vielleicht ziehe ich Degussmann halt ein bisschen nach hinten. So könnten wir es machen. Da wärst du ja auch im Wechsel. Ansonsten vorne. Tja, ich weiß nicht. Ich würde Kostic drin lassen und wirklich Jovic rausnehmen. Ich finde, das ist überhaupt kein Problem, nach fünf Toren Jovic rauszunehmen gegen potenziell nicht so starken Gegner, finde ich das überhaupt kein Ding. Dann kannst du ihn mal einwechseln. Das kannst du doch erklären. Jovic ist auch ein Top-Joker, das muss man ja auch fragen. Ja, und die wissen das doch auch. Die wissen das doch auch, dass für die auch mal ein bisschen Relax kein Drama ist. Da ist ja niemand erstmal persönlich beleidigt. Also ich meine, der hat jetzt nur die Chance bekommen. Der weiß ja, dass er nicht der 1a 100% gesetzte Spieler ist. Das wird sich auch nach fünf Toren nicht wechseln. Dieses ganze Eintracht-Konstrukt kann nur funktionieren über Dauer, wenn jeder genau weiß, wie seine Rolle ist. Und das ist ja genau der Vorteil. Unter Hütter hast du das Gefühl, dass jeder merkt, er hat eine Chance. Wenn wir uns überlegen, wie das unter Kovac war, wo es ja auch schon, sag ich mal, jetzt nicht verkehrt war, aber da waren einige Spiele echt weg wie Stenderer. Stenderer, über den wir jetzt immer so lange geredet haben, der bekommt jetzt langsam seine Möglichkeiten wie der selbst in Ragoza. Das heißt, es ist eine Durchlässigkeit in einer gewissen Art und Weise da. Und weil es die Mannschaft weiß, verzeiht es auch der Jovic oder selbst mal Leer, wenn er mal auf der Bank ist, da sind die nicht sauer, dann sind die immer noch geil genug in der Halbzeit, wenn sie reinkommen, ein Tor zu machen. Deswegen würde ich Jovic draußen lassen, würde schon eine gewisse Umstrukturierung vornehmen, aber vielleicht dementsprechend halt Rebic wieder spielen lassen. Okay. Dann neben mit Halle, der hatte natürlich relativ viel Freizeit ja jetzt gehabt, also ich weiß nicht, er ist glaube ich nicht überspielt, oder? Toro. Toro ist für mich einfach momentan ein sensibler Spieler, bei dem wir ganz genau darauf achten müssen, wie sein Gemütszustand, er ist ja auch, er hat ja momentan persönlich nicht so ganz einfache Zeit, dann müssen wir auch abwarten, er ist ja auch ausgewechselt worden. Ich weiß nicht, ich bin mal bei Toro, da habe ich das Gefühl, dass wir ihn nicht überstrapazieren dürfen. Ich weiß gar nicht, das kann ich vielleicht gar nicht so beurteilen. Nee, kann sein, ja, klar. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir da, dass wir da einfach sehr sensibel sein müssen. Damit es bei ihm, er ist ja jetzt auch aufgrund einer Verletzung ausgewechselt worden, da kam er dann still in der Reihen. Da würde ich einfach echt nur aufpassen, wenn er hundertprozentig wird, das lasse ich ihn spielen und wenn er das absolut will, wenn du aber merkst, dass er mit dem Kopf vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht hundertprozentig dabei sein kann, dann ihm lieber so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu relaxen, weil wir haben ja hinterher und die Leute im Zweifel lassen sich schon der mal von Anfang an spielen. Ja, da würde ich mal. Oder ist der gar nicht normiert? Doch, ne? Doch, der ist da. Ich meine, er müsste drin sein. Alain und Grota sind nicht dabei, ne? Und Fabian auch nicht. Und Fabian auch nicht, meines Wissens nach. Die sind alle nicht perfekt. Da bin ich, da bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde mit Scendera, weil das wäre mir ein zu großes Experiment. Marvin hat recht, bei Toro darf man wirklich nicht vergessen, da hat er jetzt nicht wieder, denn es sagt, wie Freizeit würde ich das nämlich nicht nennen. Das ist schon belastend. Und ich glaube trotzdem, wenn er sagt, er ist fit und das hat er ja wirklich vor dem Ruhmspiel, hat er es ja auch gesagt, da hat er es krass durchgezogen. Vielleicht ist es sogar gut für ihn, wenn er spielt. Also wenn er, wenn er wirklich wieder probiert in den Alltag reinzukommen, aber das, wie gesagt, das können wir alle nicht wissen. Das muss er jetzt ganz, ganz allein entscheiden. Da will ich auch gar nicht spekulieren. Für mich wäre er trotzdem eigentlich so ein Fixpunkt in meinem Spiel, dass, wenn Toro fit ist, dann spielt er. Also das würde ich mir wünschen in dem zentralen Mittelfeld. Aha, ich würde, ja, wie gesagt, dieses 3-4-3, was wir gesagt haben, würde ich auch nur machen, wenn Fernandes dann da drin ist, aber vielleicht sollten wir es gar nicht ändern. Was man eigentlich aber festhalten kann, ist, dass man keine Angst hat mehr vor der Aufstellung. Egal, welche Situation jetzt passiert und was Hütter sich ausdenkt, man hatte ja auch in den anderen Spielen immer wechselnde Besetzungen, auch im Mittelfeld. da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Auch wenn es Stendera spielen würde, das würde ich nur persönlich halt nicht machen, aber wenn Hütter das machen würde, dann würde ich davon ausgehen, dass er sich was dabei denkt, dann wird das funktionieren, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass unser Spiel nicht so wie in der Vergangenheit, wie es teilweise, und da fällt mir trotzdem immer wieder der Name Armin Fee ein, das ist nicht mehr so krass auf Individualität ausgelegt. Das ist trotzdem so ein Zusammenwirken der ganz verschiedenen Leute und dann wird das klappen. Wir wissen es glaube ich nicht und das ist glaube ich auch für uns nicht so einfach, weil wir natürlich auch die Überlegungen im Sinne der Rotation nicht wissen, weil wir dürfen nicht wirklich nicht vergessen, wir spielen jetzt am Donnerstag, spielen wir am Sonntag schon wieder, blablabla, wir haben jetzt auch viele Spiele gehabt. Wir wissen nicht, wie die Überlegungen sind, wer vielleicht im Training dann nicht ganz so frisch im Kopf ist, ist ja nicht immer nur der Körper. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir eine A-Mannschaft auf den Platz stellen und dass das keine Mannschaft sein wird, wo man sieht, okay, jetzt wird hier aber an ganz vielen Stellen rotiert. Ich war mega gespannt auf diese auf diese Limisola-Mannschaft, wo ich echt sagen muss, sind so viele Leute dabei, von denen habe ich mal die Namen gehört, ich weiß noch, ganz früher habe ich ja mal Fußballmanager gespielt. Und wie das halt so ist, man wechselt selber vielleicht aus dem Spieler raus oder das gibt es gar nicht mehr. Ich habe das früher so bei EA gespielt, aber da sind immer noch Leute dabei, die ich irgendwie früher so mit 21, als diese Spieler 21 waren oder so, habe ich noch irgendwie rumtransferiert, habe ich mir dann mal geholt. Da gab es zum Beispiel einen Spieler, der heißt Kevin Brühl, das war zu der Zeit, glaube ich, damals Frankreichs Jugendspieler, Jugendnationalspieler, glaube ich U19, war da voll das krasse Talent, weil irgendwie bei Startrennen für Rauro gesorgt. Naja, so richtig was aus dem geworden ist, ist nix. Es ist dann so ein bisschen rumgetourt, war lange Zeit in Frankreich, dann ging es halt mal nach Rumänien, mal kurz bei Isbridge Town vorbeigeschaut, jetzt in Limousol gelandet, dort macht er aktuell auch jedes Spiel. Zwischenzeitlich auch Kapitän der Zypriot, nee, der Mauritius Nationalmannschaft geworden, also hat sich da auch noch mal ein bisschen anders entwickelt. Aber das ist dann schon spannend und ein paar andere Namen gibt es ja auch. Ich habe ja bei Fußball 2000 habe ich ja schon den Andres Kemperi genannt oder Kemperi, das ist ja ein Spieler, der ein oder andere wird ihn mal gesehen haben beim FSV. Auch ein Mittelstürmer, maltesische Nationalspieler, da gibt es schon ein paar Leute, von denen du die Namen halt schon mal kennst. Bei mir auch nicht. Ja? Was? Also im Meer halt auch nicht. Nö, nö, nö. Ich hatte auch noch eine Erinnerung, dass der eine mal beim FSV gespielt hat, ich habe viel mal nachgeguckt, der hat sogar mal irgendwann ein Tor für den FSV geschossen, aber das ist auch in meiner Erinnerung irgendwie so ganz weit hinten und ganz weit ausgegraut. Ja, ja, klar. Aber das ist halt, das zeigt halt, ich meine, du hast ja auch andere Spieler, ich meine, der Rechtsverteidiger, João Pedro, das ist zum Beispiel ein Spieler, der hat schon eine gewisse Qualität. Also da, der hat auch nicht nur bei Gurkenvereinen gespielt, der hat auch mal bei Prager gespielt, hat sich auch in der Nationalmannschaft, in der Junioren-Nationalmannschaft mal einen Namen gemacht. Gut, das sind alles so Spiele, die haben ein gewisses Potenzial und da wird jeder Einzelne wahrscheinlich alle Mannschaften bis auf Rittbull in Österreich wegputzen, aber die haben halt den ganz letzten, den ganz letzten Kniff haben sie halt nicht irgendwie, deswegen spielen sie halt nicht in der Bundesliga, sondern nur Zypern, aber zu unterschätzen sind die halt auch nicht. Ja, ja, das stimmt. Waren wir uns jetzt eigentlich einig geworden, was wir jetzt mit Toro machen, ob wir den jetzt spielen lassen oder nicht? Nö, waren wir nicht, müssen wir auch nicht, und lassen uns überraschen. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass wir, das ist auch was Gutes, dass wir uns hier, selbst wir vier nicht, wir waren uns ja früher eigentlich, waren wir uns sehr, sehr oft einig, haben wir gesagt, der muss früher, früher hat sich die Mannschaft quasi von selbst aufgestellt, weil das andere halt irgendwie in das Drett lag. Das ist doch eigentlich auch ganz gut so, dass, früher war das, war das wirklich, weil die Mannschaft, der Kana vielleicht sehr, sehr dünn war oder weil halt keiner mehr da war. Oder beides. Ja, oder beides. Und jetzt hast du irgendwie das Gefühl, du hast echt Alternativen und wenn du wirklich überlegst, dass wir, ja, eigentlich unser geilster Spieler nicht gespielt hat und wir trotzdem sieben Tore schießen. Ja, Leute, das zeigt wirklich auch schon, dass wirklich so ein bisschen eine weitere Stufe Eintracht erreicht wurde und deswegen ist diese, gerade in der englischen Woche, der zehn Aufstellungsprognostizien auch nicht einfach, ist aber auch kein Drama, weil man halt wirklich nicht mehr diese elementare Angst hat. Ich habe wirklich keine Angst, selbst wenn, wenn er auf die Idee kommt, irgendwie mit Rebisch wieder draußen zu lassen, dann ist es halt so, das kann funktionieren, dann ballert Rebisch halt Nürnberg weg oder so. Also das ist wirklich, wir dürfen, ich betrachte diese Spiele trotzdem zusammen, zu denken, Limassol und Nürnberg sind für mich so, die gehören für mich, sind für mich connected in dem Sinne, dass man die Überlegung anstellt, okay, wer ist vielleicht besser geeignet für ein Auswärtsspiel, wer führt zu Hause, wer ist gerade fit, wer hat auch auf Sonntag, bla bla bla. Ja, das ist schon klar. Gut, ich sehe, wir wollen uns hier bei einer Aufstellung nicht festlegen, weil es auch einfach schwierig ist, vielleicht wollt ihr euch ja bei den Ergebnistipps festlegen, beziehungsweise da müsst ihr euch festlegen. Dennis, du hast letzte Woche nur 1-0 getippt, was ja ein totales Understatement war, dafür darfst du diese Woche anfangen und ich erwarte mehr von dir. Okay, ja, dann bekommst du das, also zu Hause, ich denke, ein 3-1. Basti? Ja, 2-0. Marvin? Ja, 2-0 hat er mir jetzt auch geklaut, hätte ich nämlich normalerweise auch gesagt. Was mache ich denn da? Ja, ich weiß nicht, ich finde, man wird ein 2-1. Ja. 2-1. Ich bin jetzt mal mutig, mein Bauch sagt 5-0. Schluss mit dem Falschgehalt. Das Lustige ist einfach, dass wir den René hier, ich belächle den René hier Woche für seine hohen Tipps, aber die stimmen eigentlich in letzter Zeit ziemlich oft. Ich hoffe, das geht so weiter. Also werde ich auch weiter dich belächeln in der Hoffnung, dass das dazu beiträgt. Ja, kannst du gerne machen, ich kann da mit. Ja. Ja, dann habt ihr es schon angedeutet, Sonntag, Auswärtsspiel in Nürnberg, was jetzt, wie ich finde, in so einer Woche noch eine halbwegs akzeptable Location ist, weil du jetzt nicht so unendlich weit von Frankfurt weg bist. also irgendwie so ganz hart in den Norden oder in den Süden fahren, hätte ich da jetzt irgendwie ekliger gefunden gefühlt. Die Uhrzeit ist natürlich mit Sonntag 13.30 Uhr, das ist auch wieder so, weißt du auch nicht so richtig, was du davon halten sollst. Fühlt sich nach 2. Liga an. Ja, irgendwie schon. Ja, stimmt. Sowohl vom Gegner als auch von der Uhrzeit. Nichts gegen Nürnberg, aber so ganz ehrlich, wenn du guckst, du spielst an einem Sonntag gegen Nürnberg um 13.30 Uhr, dann denkst du auch so, ja, nächste Woche Montag gegen Duisburg oder was. Das sollte aber eigentlich die Bundesliga sein. Raus mit Hoffenheim und Wolfsburg. Grüße. Naja. Ich kann halt mit Nürnberg gar nichts anfangen, wir gehen dir auch echt auf den Sack. Also, ja, Bundesliga, bla bla, wenn ich sehe, dass da die Euphorie scheint da schon im Minusbereich angekommen zu sein. Ja, also keine Ahnung, da kann ich auch mit, was weiß ich, also das geht mir alle auf den Sack, da soll lieber Duisburg hier rangekarrt werden oder Bochum, was weiß ich. Keine Ahnung, nervt mich, das ist ein scheiß Verein. Nein, mir geht auch, mir geht auch ehrlich gesagt, geht es mir voll auf den Sack, diese, dass sie so diese komische Tartan-Bahn noch haben. Hier bist du noch weiter weg, also weiß ich nicht. Nervt mich alles. Ich habe auch keinen Bock, es ist auch eine scheiß Zeit. Sonntag, okay, ja, naja, man kann auch sagen, sie sind früh wieder daheim, alle. Ach, ich weiß nicht. Ich will einfach, dass dieses Spiel rumgeht und dass der Eintrachter drei Punkte holt. Das ist mir das Einzige, was mir wichtig ist. Weil das sind so scheißunangenehme Kackgegner, die irgendwie auf den Sack gehen, weil sie eigentlich schlecht sind, weil es einfach auch keinen Spaß macht. Also ich sage mal so, Nürnberg, das ist jetzt eine Wild Prediction von mir, aber Nürnberg wird nie in dieser Saison keinen einzigen aus seinem verfickten Sitz holen mit irgendeinem geilen Ding. Das wird eine richtig lahme, unschöne Saison. Die spielen mal hier, da kriegen sie mal einen Foul-Elfmeter, gewinnen sie 1-0. Aber da wird keiner, wo du sagst, ein geiler Spieler, meine Güte, der hat 15 Tore gemacht. Super, super, super. Oh, was haben die für Spielzüge? Oder geil, die sind so dreckig, die haben sich so was erwurschtelt. Super geile Trainerleistung. Das wird eine richtig langweilige Grau-Mont-Saison. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn die dann gleich wieder absteigen. Weil diese ganzen Aufsteiger. Also Düsseldorf, ja, hat noch so ein Partiebonus. Deswegen ist der Funkel da, an dem ich mich wenigstens irgendwie reiben kann, weil ich sagen kann, okay, das ist cool. Aber was ist das denn mit Nürnberg? Da ist halt der eine, wer kommt der nächste? Das sind alles Lappeduttel da von den Spielern. Da gibt es schon zwei, die finde ich ganz gut, aber der Rest, ach, das weiß ich nicht, nervt mich. Ich will mal wieder, ich will gute Bundesligaspiele haben. Ich würde auch, was ist, der Nürnberg guckt ja das Logo allein an, das geht mir auch schon auf den Sack. Also meine Güte, Bundesliga, wie es in den 90ern war, aber schon, aber da schon auch Kacke eigentlich, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Macht mal ein Makeover, probiert mal was Neues. Brauche ich keinen Bock auf Martenia, keinen Bock auf, was weiß ich, wie heißen die ganzen Lappeduttel da, weißt du, das geht mir auch auf den Sack. Nee, ich will geilen Bundesliga-Fußball. Ja, ich brauche keinen Georg Markreiter oder so, wo ich den Namen noch nicht mal aussprechen kann. Nee. Robert Bauer, was spielt der überhaupt Bundesliga? Ach, fürchterlich. Nee, hab ich keinen Bock. Also ich weiß ja ganz ehrlich, für einen Unbeteiligten ist das doch scheiße. Also wer guckt sich denn, wer guckt sich nur an, weil es die Eintracht gibt? das muss ich jetzt mal, also Nürnberg, oder gibt es denn irgendjemand, der sagt, guck mir mal einen Nürnberg-Spiel an, jetzt schneid ich mir der Zunge. Nee, ist langweilig, da ist keiner, die Nürnberger Fans sind ja noch nicht immer da, keine Ahnung, halb vor das Stadion, die haben selbst keinen Bock an dieser Tatanbahn da rum zu juckeln. Das wird ja noch schlimmer, die, keine Ahnung, die Hälfte von den Nürnbergern sind wahrscheinlich noch im Koma oder so, weiß nicht, ob die sich bis 13.30 ins Stadion bequemt haben, weiß nicht, das Gefühl kann man kriegen, dass du ein bisschen genauer bist. Das war jetzt, ja, das war eindeutig. Du hast hier gerade. Du hast hier gerade auf Nürnberg. Weiß nicht, du weißt ja, wir waren ja damals da, wie lange das gedauert hat, dass wir mal einen Parkplatz gefunden haben, bist du ewig lang gelaufen, okay, das einzig Schöne war, es war halt hier im Wald, ganz schön, also ich meine, das ist natürlich schon was, aber, ach, diese Franken, oh Franken, die Walzeneweihe, wir müssen ja jetzt den Marvin vor sich selber schützen. Ja, keine Ahnung, es hat schon, der Dings hier, der Söder kommt auch nach Frank, nicht mal so. Ja, aber gerade das, was der Marvin anspricht, ist für mich eigentlich was Positives, weil ich hasse Nürnberg auch, aber das sind wenigstens Emotionen, so, ich fahre gerne da hin, das sind, die haben zumindest eine einigermaßen ansprechende Fanszene im Sinne von, okay, ich fahre lieber nach Nürnberg als nach Hoffenheim, also es ist für mich trotzdem so ein bisschen mehr Hass im Sinne von, jetzt nicht Hass, dass die Leute sich wieder empören, sondern eher so dieser, ja, so Hass im Sinne von, ja, das ist halt Nürnberg, da spiele ich trotzdem lieber als in Wolfsburg, in Hoffenheim, in Leverkusen, in Leipzig, sondern das ist wenigstens Nürnberg. Natürlich, was ja Marvin sagt, das ist wirklich, glaube ich, die grauste Bundesliga-Mannschaft der letzten Jahrzehnte, wo du wirklich mit nichts was anfangen kannst, weder mit dem Trainer, noch mit den Spielern, noch mit dem Stadion, da gehe ich schon mit, aber unter den grauen Mäusen ist es für mich wenigstens noch, ja, eine hellgraue, deswegen, René hat es gesagt, es ist nicht so weit, wir können als Eintracht-Fans, wir bringen ein paar mit, aber, das ist schon geil, da muss ich auch sagen, da habt ihr ja recht, also ich meine, das ist ja schon super, ich meine, es ist halt auch eine gute Uhrzeit, wahrscheinlich, wenn auch ein paar Eintracht-Fans von uns es irgendwie schaffen, einfach irgendwie noch einigermaßen nüchtern nach Nürnberg zu kommen, ich glaube, die Stimmung wird auch ganz geil, aber, naja, ich weiß nicht, ja, das ist für mich ein Spieler, da bin ich froh, wenn wir da einfach drei Punkte holen, das wird gefährlich, ich glaube, das wird irgendwie, keine Ahnung, irgendwie da bin ich jetzt echt so ein bisschen, eigentlich ein leichter Gegner, aber, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, irgendwie, weiß nicht, ich habe vielleicht, vielleicht habe ich so ein Nürnberg-Trauma durch die, durch die Relegation, obwohl wir die ja gewonnen haben, aber irgendwie, weiß nicht, verstehe, was du meinst, ja. Naja. Obwohl die auch heftige Klatschen bekommen hatten, also, ich glaube, 6-0-7-0 und 6-0 in, nein, aber das war alles nicht zu Hause. Ich wollte gerade sagen, das war alles auswärts, die einzige Spiele, vor dieser Hoffenheim-Niederlage haben die jetzt zwar 3-1 verloren gegen Hoffenheim, haben aber vorher sieben Punkte dort geholt, also von daher. Also die einzigen Spiele, die ich bislang so gesehen habe, in der Saison, wo sie Punkte geholt haben, waren in der Tat zu Hause, wo sie einen Dreier eingefahren haben. Oder was war das, 3-0 gegen Düsseldorf, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge, also ich glaube, wir müssen keine Angst haben, das ist einfach das Wichtige, gerade wenn wir einigermaßen an unsere Leistung anknüpfen können. Also die Spieler müssen auf jeden Fall mehr Bock haben als ich, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt aber schwierig nach dem, was du hier so alles erzählt hast, Marvin. Also die müssen gallig sein, ich glaube, das sind sie auch und ich habe das Gefühl, dass die Frankfurter Eintracht, dass die Spieler richtig geil auf jedes Spiel sind, selbst Nürnberg. Und wenn sie das beweisen, dann brauchen wir uns auch echt keine Sorgen machen. Du musst ja als Ziel haben, dass du jetzt nach Nürnberg fährst, da drei Punkte holst und eine richtig geile Tabelle dabei bist. Auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall anstrengend, würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, aber wenn die Eintracht ist gerade trotzdem, bei allem Pessimismus, die Eintracht ist gerade in einem Flow drin, wo man es schaffen kann, den Limassol in Nürnberg zu gewinnen, vielleicht schaffen wir das ja auch. Kann ja auch sein. Passt mir auf den Palaciers auf, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der frühere Wunderspiele, der ja zwischenzeitlich mal, ich glaube in Wolfsburg war der mal, dann ist er ja zu Leipzig, weil er im Jugendbereich von Wolfsburg für Furore gesorgt hat. Leipzig hat dann auch nicht so wirklich gut funktioniert. Mittlerweile hat er sich einigermaßen gut eingespielt. In Nürnberg ist auch, gut, jetzt auch schon wieder 23, ist eigentlich auch schon wieder zu alt, um nochmal richtig den Durchbruch zu schaffen. Aber so in den letzten Wochen hat er sich so als Rechtsaußen ganz gut positioniert. Also da bin ich mal gespannt, weil der ist, ja, der hat eine gewisse Grundschnelligkeit, da muss man aufpassen. Auch, ja, da gibt es einige Spieler, die mir trotzdem nicht vernachlässigen sollte, auch wenn ich sie jetzt alle in Grund und Boden geredet habe. Aber dadurch, dass mir halt auch die jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ich gucke mir jetzt freiwillig halt auch kaum Nürnberg-Spiel an. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, sehr gering eher meine Watchtime, was Nürnberger Spielbeteiligungen angeht. Ja, wobei halt, ne, der Eduard Löwen, also da, also da, perspektivisch, wenn es nicht klappt mit Nürnberg und dem Klassenhalt, lass uns da nochmal drüber reden, ja, weil das sind Spiele, ja, das ist ein Spieler, der hat schon eine gewisse Qualität, dass der überhaupt noch da ist. Ich meine, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, Nürnberg hatte in den letzten Jahren ja immer wieder einen kranken Adalas gehabt, wie viele Spiele, die allein zum Beispiel nach Schalke, ähm, ja, in Schalke abgeben mussten, aber damals, vor ein paar Jahren, haben sie einen guten Switch gemacht und zwar ist der Eduard Löwen ja dann von Sankt Brücken, ich glaube, nur in der Jugend war es gewesen, dann erstmal nach Nürnberg 2, hat sich dort etabliert und jetzt in der Bundesliga startet der richtig durch, ist ja auch aktueller, ich glaube, ich glaube, aktueller U21-Nationalspieler, deutscher, ähm, defensiven Mittelfeldbereich, könnte theoretisch sogar auch mal in Verteidigung spielen, ja, also das ist jemand, da soll die Eintracht wirklich mal perspektivisch drauf schauen, weil auch, ähm, ein Hasebe wird nicht 100 Jahre bei der Eintracht spielen. Hm, schauen wir mal. Ja, das ist ja sowieso das interessante Ding, weil die deutsche U21 momentan ja komplett unter dem Radar fährt, weil Jogis Jungs so viel Radau machen und halt wirklich eigentlich viel von dieser, von dieser Aufmerksamkeit übernehmen und wir gefühlt in dieser Schnelllebigkeit des Bundesliga-Geschäfts mittlerweile schon alle, die in der U21-Nationalmannschaft spielen, schon als zu alt abstempeln, ja, also mittlerweile in diesem Jugendwahn, muss ja ein Topspieler mittlerweile schon 17, 18 sein, um irgendwie eine Relevanz zu haben, aber auch da gibt's noch Leute und da gehört Herr Erhalt im Endeffekt hinzu, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig dort spielt, aber die Eintracht, wenn sie mal wieder ein paar, ja, ein paar andere Spiele haben will, die vielleicht irgendwie mit Trapp zusammen irgendwie vielleicht mal potenziell in der deutschen Nationalmannschaft spielen könnten, wäre ja auch einer, aber gut, ich will jetzt keinen Monolog halten, ich habe mir letztens die U21 mal ein bisschen angeguckt und finde es erstaunlich gut, was Stefan Kunz da macht und das jetzt muss der mal überlegen, Stefan Kunz, der Typ, bei dem ich echt gedacht habe, nachdem er hier den FC Kaiserslautern runtergewirtschaftet hat, dass der überhaupt keinen Verein mehr findet, aber naja, also bist du einmal in dem Bundesliga-Geschäft drin, dann wuschelst du dich immer wieder durch, aber anscheinend macht er das mit dem Trainer besser als mit Finanzen. Bezüglich Malvin, du hattest vorhin noch einen Spieler angesprochen, Martenia, der ja zumindest beim letzten Spiel sehr overperformed hat, normalerweise, also mir hat er bisher vorher nie so gefallen, er ist auch glaube ich jetzt für den relativ glücklosen Torwart reingekommen, weil Nürnberg hat auch glaube ich eine andere Nummer 1, oder? Bredlow, Bredlow oder sowas, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, deshalb, also Martenia könnte da auf jeden Fall noch einer sein, der zumindest gegen Hoffenheim, ich hatte es nur in der Zusammenfassung ein bisschen geguckt gehabt, der hatte da sehr, sehr gut gehalten, dementsprechend, ich denke, das könnte was sein, früh ein Tor machen und dann ist da auch der Riegel offen und das ist halt auch das Wichtige, dass du sofort vom Anpfiff ab Vollgas gibst und sofort versuchst, das Tor zu machen, da hast du meistens ein bisschen mehr Ruhe zumindest. Martenia sollte man in Hessen kennen. Stimmt. Ist korrekt. Ja gut, da wir uns gerade eben schon mit dem Thema Aufstellung so ein bisschen schwer getan haben, würde ich sagen, wir skippen die jetzt hier einfach und gehen direkt zu den Tipps über. Der Jannik hat gerade eben im Chat noch was ausgegraben und zwar gab es in der Saison 13-14, wir erinnern uns, da spielte die Eintracht auch international, bereits ein Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Nürnberg, was auch in direkter Folge nach einem Euroleague-Spiel war und damals haben wir 5-2 in Nürnberg gewonnen mit Toren von Barnetta, Georges-Lou, Mattlung und Katletz. Nur mal so als Einführung in dieses Thema und jetzt dürft ihr das Sonntagsspiel tippen und der Herr Bastille darf anfangen. Ich sage Nürnberg gewinnt 1-0. Oh, da ist er wieder der Zweck-Pessimist. Alter. Dennis? Kalter, regnerischer Sonntag, ich sehe das. Also nein, nein, ich denke, wir gewinnen 3-0. Respekt. Marvin? Kriege ich mit, 3-0. Weil die Spieler sind motivierter als ich und die sind froh, wenn sie abends wieder heimkommen und die wollen das Spiel jetzt einfach nur beenden und dann wollen zeigen, wer der Herr im Haus ist. Hauen 3-0 weg und dann geht's wieder heim und dann wird abends in Frankfurt eine schöne Sieger-Pizza gegessen. Lecker Sieger-Pizza. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie ihr, aber nicht ganz so pessimistisch wie Basti und sag 1-1. Oh, okay. Könnt ihr drehen, wie ihr wollt. Tut sich nichts. Und so. Wie von vorne. 1-1. Großartig. Der Lyriker Marvin und jetzt kommen wir zu weiteren Lyrikern der Woche. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und da sind wir wieder in einer unserer liebsten Kategorien gelandet und müssen natürlich, bevor wir über die Dummschwitzer dieser Woche sprechen, mal auflösen, wer denn letzte Woche gewonnen hat. Letzte Woche haben 30 Leute an unserer Abstimmung teilgenommen und gewonnen mit über 40 Prozent, genauer gesagt 43,3 Prozent hat der Herr Stendera, der ja festgestellt hat, dass er, wenn er anfängt, was für seine Fitness zu tun und fleißiger geworden ist und seine Ernährung umstellt, dass das dann auch irgendwie klappt mit dem Fitsein. Ist schon schön, ja. Und auf Platz 2 ist hier der MAN schafftsbus.de mit dieser wunderbaren Gewinnspielfrage, wir erinnern uns gleich an der einen oder anderen Stelle. Das wäre definitiv mein Favorit gewesen, weil sowas selten dämliches habe ich schon seit langem nicht mehr gehört. Dann machen wir jetzt hier weiter mit den Nominierten dieser Woche und Platz 1 oder der erste Nominierte, Platz 1, wir wollen ja hier keine Wählerbeeinflussung machen, ist echt schwierig, weil der wurde uns von, ich würde gerade sagen, irgendwie 200 Menschen irgendwie genannt, sogar darunter von Bayern-Fans. Es ist natürlich die komplette Führungsmannschaft des FC Bayern für ihre denkwürdige Pressekonferenz. Wie sollte es auch anders da sein? Ich habe da eine kurze akustische Untermalungen dazu. Mii, 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 Ii, mii, 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 mii. Mehr wollte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Damit beenden wir das Segment der Gewinner steht fest und fällig. Fertig, dankeschön. Schönen Abend noch, liebe Hörer. Ne, wir haben leider noch weitere Nominierte. Ja, weil das ist doch unfair. Ja, also wir können jetzt natürlich auch entscheiden, dass wir das auf nächste Woche schieben. Nein, das ist ein Sonderpreis auf jeden Fall. Vielleicht dürfte die Bayern-Riege gar nicht mitmachen. Außer Konkurrenz. Das ist so dermaßen außer Konkurrenz. Also mir fehlen da echt die Worte. Mir auch mittlerweile. Das will ich dir heißen. Gut, du hast es ja glaube ich bei 93 schon behandelt. Von daher, wer da mehr zuhören will, kann da ja nochmal reinhören. Also ich glaube, das passt auch in das Format. Es ist halt grandios, weil Leute sich irgendwie in Peinlichkeiten hingeben, in eine ungeahnte. Ungeahnt. Und das heißt schon was bei Uli Hoeneß und Kainz Rummelig. Ungeahnt. Bei den beiden ist es schon eine andere Dimension als bei anderen. Ja, also es ist wirklich ein kompletter Kontrollverlust. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Kompletter Kontrollverlust von ehemaligen Granden, so kann man es schon sagen, hin zu einer Hilflosigkeit und einer Unsouveränität. Ja, keine Ahnung, also welcher Hauptsponsor oder Sponsor des FC Bayern hätte in die jahrelange Stabilität eines Vereins gehofft, mit großen Zahlungen, wäre mir jetzt Angst und Bange. Also ich vergleiche das so ein bisschen als Elon Musk. Also mittlerweile sind hier Tesla-Chef unter anderem gewesen. Ist das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist glaube ich noch, aber er hat weniger Rechte als vorher. Genau. Er hat auch so ein bisschen manifiziert. Das ist mittlerweile, das ist Elon Musk des deutschen Fußballs, weil die komplett dabei sind, also auch, und das ist ja das Kranke, das ist ja wirklich das Krasse, dass die Jungs und Mädels, eigentlich eher nur die Jungs, die drei, wirklich auch das Vertrauen vieler Bayern-Sympathisanten verlieren. Also natürlich, es waren schon immer, waren in den letzten Jahren schon immer viele Leute dabei, die sich kritischer mit dem FC Bayern auseinandergesetzt haben, trotz der tatsächlich selbst Bayern-Fans waren. Das war natürlich immer eine Minderheit, weil wir wissen ganz genau, dass ein Großteil der Bayern-Fans Uli Hoeneß schon ein Denkmal gebaut hat, wahrscheinlich einen eigenen Uli Hoeneß-Schrein hat. Ja, oder das halt ein bisschen, das ein bisschen positiver sieht, als es halt im Rest des Landes ist. Aber ich glaube, selbst da bröckelt das einfach gewaltig. Wir haben ja die Mail von dem einen Hörer, der auch Bayern-Fan ist, bekommen und ich habe auch viel von anderen die Woche noch gehört. Also das ist schon, das hat die, auch diese, diese harte Bayern-Fan-Riege echt erschüttert, was da gerade abgelaufen ist. Diese vollständige Selbstdemontierung, also es kann eigentlich nur noch schlimmer werden, wenn Uli Hoeneß demnächst anfängt zu twittern und dann geht es aber richtig los. Ja, das ist halt, also an Absurditäten ist das trotzdem nicht zu übertreffen. Also dieses, diese Pressekonferenz zu öfter mit Artikel 1 des Grundgesetzes, fünf Minuten später, Juan Bernat, Bernat, fertig in den Senkel zu stellen, um nochmal drei Minuten später auf Nachfrage sich nicht mal mehr daran zu erinnern. Und das ist ja noch, also wie er Juan Bernat angegangen ist, ist ja für Uli Hoeneß-Verhältnisse noch harmlos. Ja, das ist richtig. Also man könnte, glaube ich, über die vergangenen Jahrzehnte Sachen zusammenstellen, wo Uli Hoeneß andere Leute respektlos behandelt hat. Und viel schlimmer als die Dinge, die er jetzt da teilweise sogar anwaltlich verfolgt. Ich weiß, ich kann es nicht mehr greifen. Marvin hat es mit Kontrollverlust schon gut beschrieben. Ich kann es nicht mehr greifen. Was ist das? Also dieses, ich hatte es bei 93 mir probiert so zu erklären, dass die wirklich denken, dass, ja, die Journalisten, die da sitzen und die das weitergeben an ihre Leser und die Leser dann auch selber, das genauso aufnehmen, wie der Alois mit seinem Zipfelhut im Festzelt. Dieses, wenn der Uli Hoeneß bedeutungsschwangere Phonetik und Lautmalerei benutzt, dann glauben die das schon. Weil wie der geredet hat und wir werten, wir werten das uns nicht mehr ab dem heutigen Tage, das hat sich angehört, als wäre das wie eine neue Zeitrechnung fängt ab jetzt an. Weil irgendjemand geschrieben hat, dass die John Sancho abgelehnt haben. Ja, Leute, da stimmt was nicht. Sorry, da stimmt es wirklich nicht. Dann haben die sich über einen Bericht von NTV beschwert, wo irgendwelche Zwölfjährigen gefragt werden. Dann ist er auf die Zwölfjährigen losgegangen. Ja, klar, ist doch klar, was die Zwölfjährigen sagen. Der Löw muss raus. Nee, es ist eben nicht. Die Zwölfjährigen wollen wahrscheinlich in Ruhe gelassen werden. Vom Uli Hoeneß und von NTV. Ich weiß es nicht. Es ist so geil, über so eine Scheiße aufzuregen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie kann man denn so unfassbar bescheuert sein, sich über solche Kleinigkeiten aufzuregen. Und dann ist es halt auch geil, wen er dann in Schutz nimmt, so wie Löw oder so. Guck mal, wie oft Hoeneß gegen Löw gepoltert hat. Vielleicht ist das schon die Exit-Strategie, weil sie jetzt Löw in Schutz nehmen wollen, weil das der Nachfolger von Kovac wird oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist das die erste Wegbereitung oder so. Was weiß ich. Aber da passt ja inhaltlich vorne und hinten nichts zusammen. Also ich meine, wenn du diese Pressekonferenz auf ihren inhaltlichen Gehalt hin kontrollierst, dann ist das erbärmlich. Auch von der Formulierung her mit. Das müsste einer mal aufschreiben. Weil diese Formulierung teilweise, wenn du überlegst, wie lange sie sich darauf vorbereitet haben, weil die haben das ja angekündigt. Wenn du dann überlegst, was teilweise für holprige Formulierungen und Wörter falsch benutzt wurden, das ist schon echt bemerkenswert. Und für mich war die Krone dieser Pressekonferenz die Ausrede, warum er Özil attackiert hat. Da hat Özil es ja so angegangen, um die Diskussion wieder aufs Sportliche zu konzentrieren. Ja, das hat super funktioniert. Ja, aber Leute, das brauchen wir auch gar nicht weiterreden. Wenn mir jemand sowas erzählen will und wenn er wirklich denkt, dass Menschen auf der Welt sind, gibt es wahrscheinlich sogar, die ihm das abkaufen auf diese Weise. Und der dann sagt, ich hätte nicht Dreck, sondern Mist sagen sollen. Das macht jetzt auch nicht besser. Nee, Leute, da hört es auch auf. Da hätten eigentlich die Leute da aufstehen müssen und sagen können, wisst ihr was, wenn nicht der arme Uli Köder da in der ersten Reihe sitzt und fast anfängt zu heulen, weil Uli Hünes wegen Huabalat ihn gerade kritisiert hat und er sich da demütig entschuldigt und das dann noch erklären will, weil er angemerkt hat, dass der FC Bayern vielleicht einen Außenverteidiger zu wenig im Kader hat. Ja, Leute, haben die auch. Also, also, ich, mir, ja. Aber das ist ein interessanter Punkt. Das ist vielleicht auch so leider, dass der größte Fehler da so ein bisschen gemacht wurde, muss ich ehrlich sagen, dass viele oder dass einige der Leute, die kritisiert wurden, sich verteidigt haben. Also, das hört sich jetzt blöd an, das ist jetzt eher so vielleicht Meta-Ebene, aber ich hätte mich an deren Stelle gar nicht verteidigt. Also, wie der Köder das gemacht hat, hätte ich gesagt, nee, bleib dabei. Also, ich kann jetzt viel erzählen. Das hätte Uli Hünes eigentlich auch akzeptieren müssen, weil er dann ein paar Sätze später sagt, er ist ein großer Demokrat und akzeptiert meine Meinung. Ja, genau. Genau, aber das, also diese Bittstellehaltung, das darfst du dir auch nicht mehr gefallen lassen, muss ich sagen, wisst ihr was, alles gut, ich sehe es anders, haben da zwei Meinungen, dann ist es auch okay. Aber, also, es gab dann nochmal eine Meldung eines Journalisten, der das dann differenziert hat, der auch gesagt hat, nee, dabei bleibe ich auch. Und das ist auch richtig so, weil das ist ja genau das, was die Bayern jetzt damit wollen, nicht die Bayern, aber die drei vom Dilettanten-Stadel da oben, die wollen ja genau die Meinung so beeinflussen, dass ihnen jeder nach dem Mund redet. Aber das ist halt nicht genau das, wofür Journalisten freischaffende Journalisten bezahlt werden. Ich wollte gerade sagen, du hättest es doch am einfachsten an der Stelle einfach kontern können, indem du sagen könntest, das ist wunderbar, jetzt haben sie Artikel 1 des Grundgesetzes vorgelesen, jetzt lesen sie bitte nochmal Artikel 5 des Grundgesetzes drin, da steht nämlich Pressefreiheit, vielen Dank, auf Wiedersehen, raus. Ja, und man kann sich übrigens über, ich bin ja überhaupt gar nicht so drin wie andere, die die ganze Zeit in Bayern wohnen, München, die TZ sich anschauen und so weiter, da gibt es mit Sicherheit, und ich habe so ein bisschen was mitbekommen, auch Artikel und Beiträge, die wirklich daneben sind, weil natürlich die alle da unten auch unter dem Druck stehen, irgendwie Auflage, was verkaufen, wir wissen alle, wie problematisch es in der Medienkrise aktuell ist, in der sich halt alles befindet, das ist ja auch ein Grund für den Aufstieg der AfD, weil jeder irgendwie so wild über die berichtet hat, weil genau wissen, da werden Klicks mit generiert, und dann hat man diesen Scheinriesen einfach zu einem größeren Elefanten gemacht, als es war, und es ist aber genauso, natürlich kreiert der FC Bayern München Interesse, und dann werden auch Dinge hochgeblasen, wo du einfach sagst, yo, jetzt machen wir halblang, und dann gibt es vielleicht auch mal persönliche Storys, da wird mal dargeguckt, mit wem sich der nächste Bayern-Star da irgendwie so trifft, und so weiter und so fort, diese Boulevard-Scheiße, die es immer gibt, die es früher auch schon gab, vielleicht heute auf einem anderen Niveau, das heißt, du kannst, der FC Bayern, er hat wahrscheinlich absolut den Grund, Dinge zu kritisieren, aber in einer anderen Form, und nicht in dieser persönlichen Angriffsweise, dass du den Namen der einzelnen Journalisten nennst, Leute, da erinnere ich mich sofort an Trump, so wie The Failing New York Times, The Fake News Media, CNN und so weiter und so fort, so wie er es gemacht hat, dann verliere ich hier eine Gesprächsgrundlage. Das ist so der Punkt, der mich da auch so ein bisschen dran gesteuert hat, Sie haben ja durchaus mit ein paar Aussagen recht, wenn Sie sagen, dass momentan alles, was, oder dass vieles, was in den Medien gemacht wird, wirklich rein Populismus ist, wo es wirklich nur noch um Klicks geht, und um besonders fette Überschriften, da haben Sie ja nicht Unrecht mit, aber aus der Situation heraus, in der Sie da haben, und das, was Sie halt drumherum gemacht haben, passt das halt alles, denn Sie haben es damit halt eigentlich wieder kaputt gemacht. Ja, sorry, aber Uli Hoeneß braucht mir nichts über Populismus erzählen. Deswegen ist es ja, Uli Hoeneß ist die fleischgewohne Populismuswurst. Deswegen sage ich ja, Sie haben prinzipiell, ist es ja nicht falsch, was Sie sagen, aber wer es sagt und wie Sie es sagen, machen halt das ganze Ding wieder genau in die Gegenrichtung, und das ist das, was mich dabei sehr ärgert. Und auch als Rummenigge, dann sind wir beim selben Thema als Rummenigge, beklagt, dass Berater Deals mit Journalisten machen über eine gewisse Berichterstattung. Ja, Leute, das hat wahrscheinlich der FC Bayern erfunden, diese Praktik. Also, Leute, da muss man auch aufpassen, ich weiß gar nicht, ob man aufpassen muss, eigentlich müsste man es probieren zu ignorieren und denken, okay, das wird sich schon irgendwie von selber regeln, weil Bayern ja nicht umsonst auch schon seit, ja, sportliche Probleme hat. Das wurde vielleicht kaschiert, weil die Bundesliga noch schlechter war als die Bayern selber, aber ich glaube, die werden Schwierigkeiten haben. Also, wenn die, wenn Hoeneß und Rummenigge wirklich noch mehrere Jahre an der Macht sind, dann werden die es echt schwer haben. In Deutschland selber vielleicht nicht, aber international. Nicht nur eigenverschuldet natürlich, weil es auch, wie gesagt, Gelder gibt, Vereine, die einfach Gelder haben, wo der FC Bayern nicht mithalten kann, das haben die aber eigentlich immer mal klug ausgeglichen. Aber mittlerweile hast du das Gefühl, irgendwie verpassen die so den nächsten Schritt, weil die denken, dass Techniken und Praktiken, die sie immer so gemacht haben, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir ja als E-Sports, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und dann irgendeinen Sportdirektor zu installieren, der sich die quasi selber enteiern. Ja, Leute, da ist einiges kritikwürdig, die halten es vielleicht nicht aus, aber das wird auch nicht aufhören, diese Kritik. Das wäre ja auch falsch, wenn die jetzt aufhören. Und beobachten, ich bin gespannt, auf was das hinausläuft, ehrlich gesagt. Also auf was, ich bin gespannt, was so die Entwicklung sein wird, die der FC Bayern nehmen wird und wie die diese Entwicklung selber begleiten und wie das Umfeld und die Öffentlichkeit das begleitet und wie der FC Bayern das wiederum begleitet. Das wird alles, das ist gerade in so einer interessanten Phase. Es ist eine interessante Phase, weil durch das Verhalten wirkt es doch für viele, die nicht so nah dran sind, doch auch eher abschreckend. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Spieler und Selbstspielerberater nicht irgendwie ein bisschen alarmiert werden durch dieses Auftreten. Das ist doch unsouverän. Also das ist ja, ganz ehrlich, hätte der HSV solche Pressekonferenzen gemacht, dann hätten wir die noch mehr ins Senkel gestellt, als die die eh schon die ganze Zeit gestellt wurden. Stell dir mal vor, es geht einmal so eine Pressekonferenz gegeben. Also das ist, ja, es ist halt der große FC Bayern, bla bla bla, aber das ist halt alles. Der wichtigste Verein in Deutschland. Ja, mega peinlich. Naja gut. Obwohl wir da jetzt ja nicht lange drüber reden wollten, haben wir es dann ja jetzt doch länger getan, als eigentlich gedacht. Wir halten fest, das ist ein Sonder-Super-Ehren-Preis auf Lebenszeit, weil da wird es niemals demnächst irgendwas geben, was da drüber kommt, hoffentlich. Also es ist auf jeden Fall eine denkwürdige Pressekonferenz. Sie hat mir, und das haben wir ja über die ganze Zeit darüber, wie das so war und so weiter gesprochen, aber ich muss echt sagen, für mich, ich konnte danach kaum noch arbeiten. Ich war so euphorisiert aufgrund dieser Pressekonferenz. Das hat echt so meinen ganzen Tag irgendwie beeinflusst, weil, keine Ahnung, wie das passiert ist und wie sich Leute da, wie Leute komplett aus ihrer Haut gefahren sind und eigentlich, wo denn alles entglitten ist, das habe ich selten erlebt. Das war schon für mich schon lustig, Teil dieses Schauspiels zu sein, weil ehrlich gesagt haben wir hier, haben wir hier die, ja, vielleicht die, die, die Abendsonne des FC Bayern mitbekommen. Vielleicht senkt sich der Stern gerade über dem FC Bayern. Vielleicht ist es nicht mehr der Stern des Südens, sondern eher, ja, keine Ahnung, so die abfallende Sternschnuppe, die bald verglüht ist. Wenn das so weitergeht, glaube ich, geht es genau in diese Richtung. Sternschnuppe des Südens. Großartig. Dann machen wir doch mal mit den tatsächlichen Nominierten diese Woche weiter. An der Zahl haben wir drei Stück genannt bekommen und zwischen denen werden wir dann abstimmen lassen. Die erste Nominierung wurde uns geschickt von Sebastian und er nominiert Sky, die, auf die glorreiche Idee kam, den Mainzer Trainer Sandro Schwarz nach dem Spiel, nach so wichtigen Dingen wie, was ist ihr Lieblingsbrettspiel und was war ihr Traumberuf als Kind zu befragen? Warum? Ja, das weiß ich nicht, aber es macht keinen Sinn. In keiner Art und Weise macht es Sinn. Wann haben die das gefragt? Nach dem Spiel. Am Mainz-Spiel am Wochenende. Nachdem die so richtig einen auf den Sack bekommen haben. Nach seinem Lieblingsbrettspiel. Ja, und seinem Baumberuf als Kind, in Klammern, er wollte Busfahrer werden. Maybe bessere Wahl, wir wissen es nicht. Da fehlen mir tatsächlich die Zusammenhänge, die kann ich mir jetzt auch nicht irgendwie konstruieren gerade. Mir auch nicht. Dann haben wir eine zweite Nominierung, die uns geschickt worden ist von Lukas, die jetzt nicht wirklich mit dummen Geschwätz, sondern eher mit dummen Aktionen zu tun hat und zwar mit einer mega dummen Aktion. Ich hatte echt Mut im Bauch, als ich das gelesen habe, hat es uns per E-Mail geschickt und zwar hatten sie wohl das Erlebnis, dass nach dem 7 zu 1 Heimsieg gegen Düsseldorf am Wochenende ein paar absolut bescheuerte Menschen, die wahrscheinlich mit Eintracht, die zumindest nach seiner Beschreibung mit Eintracht Fans waren, auf die glorreiche Idee kamen, Düsseldorf-Fans zu verbrügeln. Ganz ehrlich, mit welchem Grund? Erstens, schon mal gar nicht und zweitens, wenn du nach einem 7 zu 1 Heimsieg nichts anderes zu tun hast, als anderen Leuten eins auf die Nase zu geben, dann läuft bei dir einiges schief, Freund. Lass mich in Ruhe. Haben sie diesen Mantel gesehen, ja. Genau. Und die letzte Hörernominierung wurde uns geschickt von Benedikt und zwar der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC. Wer dazu mehr wissen will, kann sich da auch 93 zu anhören. Ich sag nur WTF-Stadion. Ja, wie heißt das nochmal ausgeschrieben? Weltoffenheit, Toleranz und Freiheit war es doch, glaube ich, oder? Ich muss gerade nochmal nach. Das ist ja vom Grunde her keine schlechte Idee, aber das klang alles schon sehr absurd, wie er das begründet hat. Ich glaube, der wollte der Stadt das als Werbeclaim verkaufen und dadurch Geld generieren, weil er sonst die Eintrittspreise erhöhen muss, wenn ich das richtig zusammen... Ja, das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die Geschichte, genau. Schon sehr... Also, der ist ja kreativ, der Herr. Ja, ja, und auch mit der Aussage zu kommen, irgendwie nach dem Motto, wir hätten jetzt gerne von euch irgendwie, was waren es, 750.000 oder eine Million, um den Spielbetrieb aufzurechthalten und als Begründung, weil Fortuna Düsseldorf von der Stadt Düsseldorf auch irgendwie Geld bekommt. Ja, okay. Warum? Ist auch abgelehnt worden, glaube ich. Ja, aber das ist total überraschend. Total überraschend. Total überraschend, aber man kann es ja noch... Auf jeden Fall, einen kleinen Sonderkreativpreis kriegt der ja. Ja. Genau. So, habt ihr noch Nominierte für diese... Ich nominiere Mats Hummels aktuell. Ich habe die mitgekriegt, der muss scheinbar durch die Mixzone gestopft sein. Einmal auf und einmal abgelaufen und hat gesagt, so, jetzt habe ich meine Pflicht hier erfüllt, geredet wieder am Samstag. Das muss scheinbar auf eine sehr arrogante Weise passiert sein und festigt langsam mein Bild vom neuen Mats Hummels. Eben gerade nach dem Spiel Champions League oder was? Ja. Okay. Also, das muss irgendwie demonstrativ durch die Mixzone gelaufen sein im Sinne von, okay, ich erfülle jetzt hier meine Pflicht, sag aber nichts und rede, hat er so gesagt, so, Pflicht erfüllt, geredet wieder am Samstag. Passt leider total, ja. Das ist... Mats Hummels 2.0. Ja, Mats Hummels 2.0, aber das ist eher eine schlechtere Version. Also, das ist eher 0.2. 0.2 ist es. Beta. Das sind halt immer, weißt du, wie so die Updates irgendwie, die du im iPhone machst oder so, oder wenn du jetzt denkst, oh geil, neues Mac-Update, dann bekommst du Sierra und denkst dir, Alter, die Festplatte, das funktioniert alles noch langsamer und warum funktioniert das gar nicht mehr so gut mit diesem Treiber da? Also, Photoshop war doch davor auch viel schneller. Ich glaube, es ist genau die Version, ja, passt ja, früher, Hummels war früher auch schneller, aber gut. Ja, also, naja, gut, letzte Woche haben wir uns ja schon eindeutig über Hummels und Wortreich geäußert, gab es ja einen längeren Beitrag, Grüße übrigens an die Person, die uns geschrieben hat, ich habe mal geantwortet, weiß gar nicht, ob es noch mal mit einer Antwort gab. Ja, da gab es noch eine Antwort drauf. Ah, will wir mal wieder machen. Ja, naja, interessant auf jeden Fall, Dummschwärziger Woche haben wir auf jeden Fall, gehen nicht aus, gehen nicht aus. Nee, ich glaube, das ist in der Tat so ein Geschäft, da kommt nicht jede Woche was nach. Habt ihr sonst noch einen Nominierten oder eine Nominierte? Nein. Auch so ein Bereich, der nicht so viele weibliche Repräsentanten hat. Wo alles viel überstrahlt. Ja, das glaube ich auch. Ja gut, natürlich hat es nicht so viele weibliche Repräsentanten allein, weil die deutsche Fußball-Penis-Bundesliga immer noch ziemliches Geschäft ist, wo die meisten halt irgendwie Männer sind, die da rumdachsen, auch wenn da leider nicht so qualitativ hochwertige Aussagen bei rumkommen. Aber gut. Was wir jede Woche wieder belegen. Ja, logisch. Ja, Grüße an Alex. Ich habe sie nämlich letztens mal gefragt, was jetzt hier Sache ist. Ob sie mal wieder vorbeikommen? Nee, die jetzt irgendwie Training oder so irgendwas. Das ist private Business. Merk schon. Ja, merken wir uns. Ja gut, dann könnt ihr da auch diese Woche wieder abstimmen und dann schauen wir nächste Woche mal, wie er das Rennen gemacht hat und dann kommen wir zur guten Tat der Woche und da haben wir zwei Stück oder ich habe zwei Stück aufgeschrieben, vielleicht gibt es noch mehr. Die eine gute Tat bezieht sich so ein bisschen auf das, was wir vorhin hatten mit dieser wunderbaren Bayern-PK. Das hat nämlich die Süddeutsche aufgegriffen und hat einen gar wunderbaren Berichterstattung zum Wochenendspiel geschrieben, die genau nach dem Gusto ist. Also wer mal was Wunderbares lesen will, der kann da mal reinklicken. Ich hau den Link mit in die Shownotes. Und die zweite gute Tat der Woche, die könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Wochenende verbringen, nämlich zumindest diejenigen, die in Hessen wohnen. Da ist nämlich Landtagswahl am Sonntag und wir wissen alle, nicht wählen ist keine Option, weil es gibt im Zweifelsfall nur den Idioten, die genügend Leute zur Wahl bekommen, mehr Spielraum. Von daher egal welches Wetter, egal wann, geht wählen und wenn ihr es nicht schafft am Sonntag, weil die Eintracht spielt, ins Wahllokal zu gehen. Ihr könnt, glaube ich, jetzt immer noch Briefwahl beantragen und das alles eintüten und wegschicken. Es gibt keinerlei Ausreden und ich bin persönlich beleidigt, wenn ihr da draußen nicht zur Wahl geht. Das heißt also, René kontrolliert das? Ich rufe euch alle Einzelnen an am Sonntag und werde das kontrollieren. Jawohl. Nee, ernsthaft. Also da nicht hinzugehen, das ist das Dümmste, was man in der heutigen Zeit machen kann. Ja. Also fast so schlimm wie Christian Titz zu entlassen beim HSV. Kann ich auch nicht verstehen. Ist das gute Tat der Woche? Christian Titz zu entlassen? Nee, finde ich nicht. Finde ich total absurd. Der HSV bekommt auch schon wieder schnell kalte Füße. Was ist denn alles los mit euch allen? Wer ist jetzt der aktuelle Trainer? Hannes Wolf? Ist der noch Trainer? Ich habe die letzten drei Stunden hier nicht in Twitter geguckt. Noch? Keine Rolle angefangen, ja. Ja, weiß nicht. Hannes Wolf, da bin ich auch mal gespannt, wie weit der das irgendwie bringt, nachdem der ja auch schon irgendwie nicht so das ganz beste Nervenkostüm hatte hier in Stuttgart. Naja, ist ein guter Typ auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es gibt noch den ein oder anderen hier BVB-Mensch, der eigentlich mal wollte, dass der mal perspektivisch dort Trainer wird. Also im Profibereich klappt jetzt nicht, aber naja gut. Ist halt auch geil, dass du einen Trainer entlässt, weil du zwei Punkte Rückstand auf dem ersten Platz hast. Ja, weiß ich nicht. Klar, das System hat nicht funktioniert, aber das ist der HSV. Das macht echt nichts besser. Ich weiß nicht, natürlich haben die zweimal verloren, aber haben auch fünfmal gewonnen. Ist auch alles nicht so mega dramatisch. Da muss ich halt noch einiges einstimmen, aber es sind halt wirklich nur zwei fucking Punkte und wenn du dann merkst, dass es halt auch einfach Spieler gibt, die sich für den Trainer aussprechen, weiß nicht, ob ich jetzt einen mega guten Schritt damit gemacht habe. Wahrscheinlich nicht. Weiß nicht. Also der HSV ist glaube ich echt, also ich habe echt gedacht, okay, jetzt haben sie mit Titz einen, der kommt ganz gut klar, aber wenn die so weitermachen, dann werden die hier nie wieder aufsteigen. Das Problem ist glaube ich, dass sie trotzdem aufsteigen, weil diese zweite Liga so grottenschlecht ist. Das siehst du ja auch unter anderem an Düsseldorf und Nürnberg, die da hier hochgekommen sind und jetzt auch hier regelmäßig sieben Dinger kassieren von allen Seiten. Ich glaube, der HSV wird trotzdem, wie gesagt, aufsteigen können. Köln auch, die natürlich auch Probleme haben. In Köln ist jetzt auch, glaube ich, die Stimmung nicht allzu super, was zumindest das Spielrecht betrifft. Aber bei Titz... Total frustrierend. Selbst die Mannschaften sind nicht so richtig geil drauf. Ja, also Titz möchte ich nicht bewerten. Bin ich zu weit weg. Ich warte auf das zweite Enthüllungsbuch von Tobi Escher und Daniel Jovanoff, glaube ich. Weil beim HSV, wenn man so ein bisschen sich dieses Buch mal durchliest, kann man den einen oder anderen Verantwortlichen gar nicht mehr irgendwie in die Schuld reinnehmen, haben, weil da schon wieder ganz andere Dinge gelaufen sind. Deswegen bin ich da... Also irgendwas beim HSV zu bewerten, das maße ich mir gar nicht mehr an, weil das ist, glaube ich, so ein Haufen Chaos dort. Das ist ja, also... Das sucht schon Sondergleichen dagegen. Ist ja die Führungsriege des FC Bayern echt nichts dagegen. Also das ist ja schon sehr, sehr absurd, was da in den letzten... Ja, in den letzten zehn Jahren fast passiert ist. Grüße. Wie sind wir jetzt von unserer guten Tat der Woche da hingekommen? Kann ich mir das andere nochmal sagen? Weiß nicht, ich schweife momentan ein bisschen ab. Ja, man merkt es. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Dann lasst uns mal ganz schnell noch zu den Empfehlungen kommen und dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für diese Woche. Habt ihr denn eine Empfehlung? Dennis hat da vorhin noch Briefwahl reingeschrieben. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ausführlich gesagt. Wir erwähnen was an der Stelle nochmal. Es gibt die Option der Briefwahl. Basti empfiehlt sich gerade selbst und ist eindeutig müde. Ich empfehle mich selbst, ja. Ich empfehle mich, ich bin ein guter Typ. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, die neue Fußball 2000 und die, die am Donnerstag, ja, wir werden am Donnerstag sogar eine neue Folge launchen, mit, ich will ja gar nicht so viel verraten, aber mit bekannten Stimmen und merkwürdigem Inhalt. Ich komme es mal so zu sagen. Alles Weitere? Klingt nach einer ganz normalen Folge wie immer, oder? Ja. Das hast du ja gesagt, Donnerstag kommt die. Genau. Also vor dem. Marvin, bekannte Stimmen und seltsamer Inhalt. Es ist nichts Neues, leider. Gut zusammengefasst. Nö, ansonsten. Sieht man dich wieder fußballerisch tätig, Marvin? Nee, ich glaube diesmal nicht. Ja, selten so einen schlimmen Fußballer gesehen. Schön. Gut. Ich habe nichts in der Tat. Wenig, was ich momentan empfehlen kann. Basti, hast du noch was? Ich habe leider nichts zu empfehlen. Dann haben wir diesen beiden Dinge. Dann sagen wir, haben wir den Punkt auch durch. Ihr findet die Links zu Fußball 2000, zu dem Süddeutsche Artikel und zu vielen anderen Dingen natürlich bei uns auf der Seite. Dort findet ihr auch eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir möchten nochmal ganz herzlich Danke sagen bei allen Menschen und Menschinnen, die das Woche für Woche, Monat für Monat hier schon tun. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung, Kommentare, Feedback, Dummschwätze, Einreichungen und über ganz viele Chats und Livestream-Nachrichten, die hier während der Sendung reinfliegen. Das macht sehr großen Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß am Donnerstag beim Heimspiel in der Euroleague und denen, die am Sonntag auswärts fahren, ganz viel Spaß in Nürnberg. Bringt Punkte mit und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! Hey! Das kann auch mal viel Spaß! Hey! 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 Das kann auch mal viel Spaß! Outro